Und dann können wir nämlich loslegen, dann melden wir uns mal ein bisschen, aha, da ist Vladi im Bild, aber dann machen wir da irgendwo dich auch noch, wo haben wir denn letztens miteinander gesprochen, in welcher Ecke, ah hier, I got you. Eigentlich war ich, glaube ich, in der Ecke. Ne, ich hab dich. Okay. I got you, unten links. Ah. Okay. Cool. Also, Chat, heute dreht sich alles um meine Ernährung, nicht eure Ernährung, sondern meine Ernährung und anhand dieses Beispiels werden wir jetzt gemeinsam, oh, warte, ich muss Vladi hier auch noch angucken, anhand dieser, sag mal, anhand dieses Fallbeispiels, werden wir uns da mal über ein paar Sachen unterhalten, wir gehen da in die Sportrichtung, also es geht jetzt nicht darum, dass wir, äh, dass wir über irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, gesunde Ernährung, nachhaltige Ernährung gehen, sondern wir gehen in die Sporternährung rein, für mich quasi, ohne großartig zu verzichten, was auch immer, das werdet ihr gleich sehen. Und dann, äh, guckt man, also ich zumindest, ähm, werde dann halt schauen, wie man das Ganze nachhaltig, äh, unter einen Hut bringen kann. Und das, werden wir jetzt mal thematisch anschneiden. Ich glaube, Vladi hatte da auch mal ein bisschen was vorbereitet für mich, das kann ich gleich mal öffnen für euch. Warte, ich schicke dir den Link. Ja, das kannst du auch noch mal machen, weil dann kann ich das nämlich auch für euch öffnen und dann könnt ihr das noch sehen und dann gehen wir das Ganze mal durch. Bam. So, Link ist offen. Warte, den machen wir hier nochmal auf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann machen wir das hier. Sehr gut. Und dann haben wir hier ein bisschen was für euch vorbereitet. Jetzt muss ich mal gucken. Das kann man gar nicht mehr ranzoomen. Aber das, äh, so sieht es erstmal aus. An der Stelle. Vladi, ich übergebe dir das Wort. Ja, dann einmal Moinsen Chat, Moinsen Dizzy. Hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich helfe Dizzy so ein bisschen die Gesundheit zu verbessern, helfe ihm vor allem, ähm, was Sport angeht. Ähm, wir machen regelmäßig, ja, so Coachings. Ich schaue mir das an, dass das technisch alles funktioniert. Ähm, hol mir Feedback von ihm, dass wir da auch direkt darauf eingehen können, falls irgendwie was sein sollte. Ähm, heute sprechen wir über die Ernährung gezielt. Als ich das letzte Mal da war, haben wir ja so allgemein über die Ernährung gesprochen. Und, ähm, für diesmal war es dann geplant, dass ich mit Dizzy sozusagen auf seinen Ernährungsplan eingehen werde. Ernährungsplan in Anführungsstrichen. Ähm, warum, ähm, durch die ganzen Unterhaltungen, die ich jetzt mit Dizzy auch geführt habe, wegen Ernährung, muss ich sagen, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Ähm, er hält sich da sehr gut dran. Normalerweise würden wir so ein bisschen auf Kalorien eingehen und dies und das braucht man nicht, da er Fortschritte macht. Das heißt, ähm, wir werden einfach seine Ernährung jetzt analysieren. Ich werde mir anhören, anschauen, was er so die letzten Tage, Wochen gegessen hat. Und dementsprechend darauf eingehen und ein bisschen optimieren. Ähm, ein bisschen Tipps geben, was man da vielleicht noch verbessern kann, was zum Beispiel einzelne Nährstoffe angeht. Dazu habe ich hier eine Tabelle vorbereitet. Ähm, kurz vorab, das ist jetzt keine wissenschaftliche Tabelle, sondern das sind Lebensmittel, die ich ausgesucht habe, die sehr oft in der Ernährung vorkommen. Einmal tierische, einmal pflanzliche Proteinquellen, das für jeden was dabei ist. Ähm, und Quellen halt für Kohlenhydrate. Die habe ich alle farblich markiert. Ich sage mal so selbsterklärend. Ähm, es gibt keine Lebensmittel, wo man sagt, okay, die sollte man auf gar keinen Fall essen. Ähm, aber es gibt halt Lebensmittel, wo das Verhältnis zwischen, sagen wir mal jetzt, Eiweiß und Kalorien gut ist und wo es vielleicht etwas schlechter ist. Dementsprechend von den guten mehr verzehren und von denen, die etwas schlechter vom Verhältnis sind. Die sind weniger verzehren, aber auf gar keinen Fall irgendwie drauf verzichten. Da sieht man dann auf der linken Seite so eine, ja, kleine Legende, wo ich das nochmal geschrieben habe. Ähm, ansonsten bezieht sich alles auf die Trockenmasse. Also das ist jetzt nicht fertiges Produkt oder so. Das heißt, nehmen wir jetzt Linsen als Beispiel. Ähm, das sind jetzt nicht die vollgesaugten Linsen, die dann schon irgendwie in Wasser eingelegt wurden, sondern das, das rohe Produkt. Ja, also die muss man dann erstmal einlegen. Das bezieht sich immer darauf. Und Fleisch genauso. Also nicht zubereitetes Fleisch, sondern, ähm, Fleisch als rohe Masse. Joa, pass einmal kurz dazu. Also das ist, was heute ansteht. Vielleicht solltest du nochmal ganz kurz, äh, erwähnen, was dich dazu qualifiziert, überhaupt über so ein Thema zu sprechen. Weil ich glaube ja, nicht jeder kennt dich. Also, was gibt dir die Qualifikation, äh, dieses Thema anzureißen und so zu tun? Nicht so zu tun, aber was gibt dir, äh, äh, nee, welche Qualifikation hast du, die dir das Recht gibt quasi, mich zu trainieren? Also, ähm, um auf die Qualifikation einzugehen, ich habe eine Fitnesstrainer-A-Lizenz, die beinhaltet sowohl den sportlichen als auch, ähm, ernährungstechnischen Teil. Ähm, ich selbst beschäftige mich sehr viel damit, also ich lese mich sehr viel in Themen ein, gehe dann auf, also lese mir auch teilweise Studien durch, die sich eben auf diese Bereiche beziehen und bin, ähm, seit, ich glaube jetzt, äh, elf Jahren bin ich, ähm, in der, ja, beschäftige ich mich damit mit Ernährung und Sport und, äh, seit sechs Jahren arbeite ich tatsächlich in dem Bereich. Also, ich bin Fitnesstrainer und, äh, beziehungsweise auch Gesundheitstrainer, Gesundheitsberater und, ähm, versuche Menschen einfach zu helfen, ihre Gesundheit zu fördern, ohne, dass man irgendwie, ja, direkt krasse Abstriche macht, etc. Also, das ist das Ziel, was ich mir gesetzt habe, möglichst einfach, möglichst simpel, den Leuten zu zeigen, wie es gehen kann, ähm, sodass man nicht direkt irgendwie für 300 Euro Supplements einkauft und direkt ins nächste Fitnessstudio rennt. Ja, aber ansonsten Fitnesstrainer-A-Lizenz, habt noch, habt noch, ähm, macht gerade aktuell eine Fortbildung als Mentaltrainer, da es für mich ein sehr wichtiger Teil ist, also für mich gehören körperliche und geistige Fitness zusammen. Ähm, und es schadet auch nicht, äh, ja, auf die, sag ich mal, geistige Fitness einzugehen und bestimmte, dass man das Mindset, sag ich mal, richtig setzt. Ähm, hab auch noch vor, muss ich zeitlich halt schauen, ähm, also einige weitere Fortbildungen zu machen. Ja, ich hab mich halt für den Weg entschieden, das selbst zu zahlen und kein Studium zu machen, da ich, äh, ja, ich hab, studieren hab ich probiert, in einem anderen Bereich ist einfach nichts für mich. Aber es gibt halt mehrere Mittel und Wege. Wichtig ist, dass man nicht auf der Strecke bleibt und sich halt regelmäßig auch weiterbildet und, äh, auch wenn's jetzt, sag ich mal, Selbststudium ist, aber da muss man einfach auf die, ja, auf, ähm, sichere oder auf vertrauenswürdige Quellen einfach eingehen. Und das mach ich. Okay. Soviel dazu zum Vorwort. Na dann, äh, geh mal rein. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ja, wie gesagt, also, äh, gestern schon kurz angedeutet, wird recht entspannt sein, also wird recht einfach sein, da du so, also, da du schon sehr viel, ähm, in deinen Alltag integrierst, also du schon sehr viel machst und, äh, sehr auf deine Ernährung achtest. Äh, erst recht, was die Kalorien angeht, also, ich sag mal, wenn man da nicht so das Gefühl dafür hat oder wenn man keine Fortschritte macht, dann ist es vielleicht ein ganz guter Weg, die Kalorien zu zählen, ja, da du aber die Fortschritte machst, die du machen möchtest, in deinem Fall halt, äh, Gewicht reduzieren, brauche ich da gar nicht drauf einzugehen, sonst ist das nur unnötige Information, die dann vielleicht zu mehr Verwirrung sorgt, als, äh, als es irgendwie Gutes tut. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir mal ganz kurz besprechen, was du diese Woche gegessen hast, in ungefähren Mengenangaben, ähm, ich werde das circa abschätzen, dass ich einfach ungefähr weiß, okay, wo liegst du? Ähm, wichtig ist, wie auf dem Handout letztes Mal, ähm, dass die Eiweißmenge stimmt, ja, dass, äh, möglichst gute, gesunde Fette in der Ernährung integriert sind und Rest im Prinzip durch Kohlenhydrate aufgefüllt wird. Also keine Verbote, wie du schon gesagt hast, da bin ich eh kein Fan von. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir beginnen dann mit dem Montag, sofern du dich erinnerst, was du gegessen hast. Ach, das wird frech jetzt. Also Montag hatte ich erstmal, und das ist ja das Wichtigste, Montag hatte ich, äh, zwei halbe Liter Flaschen Fanta, aber nicht Zero. Das ist schon mal Nummer eins. Äh, die Excel-Tabelle kann ich leider nicht größer machen, es ist mir nicht möglich ranzuzoomen in irgendeiner Form. So. Äh, warte kurz, ist aber kein Problem, das kriegen wir noch hin. Gebt mir eine Sekunde. Äh, wir haben ja vom Browser aus einen Zoom. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier vom Browser aus in diesen Zoom kommen. Äh, warum lässt der mich... Ah, hier, warte, doch. Da. Zoom. Ah, hier, guck mal. Na klar, kriegen wir alles hin, Chat. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Äh, äh... Achso, doch, hier kann man auch zoomen. Toast gemacht mit Mozzarella, ein Stückchen Gurke, äh, einen Dip aus Magerquark, eine Scheibe Käse, äh, drauf, Mozzarella und, äh, hab das in einem Opti-Grill mir ins Gesicht gezimmert und am Abend hatte ich einen Skier, das weiß ich, das hatte ich montags. Am Dienstag, ähm, am Dienstag hatte ich, können wir Cola Light weglassen oder müssen wir die mit aufzählen? Ähm, kannst du tatsächlich weglassen, die ist ja, ja, praktisch kalorienfrei, also... Aber davon hatte ich am Dienstag zwei, äh, davon hatte ich am Dienstag zwei, ich hatte, äh... Warte, die Light, warte mal, die Zero ist Kalorien. Ja, die Light hat, äh, kann ich dir sagen, äh, 0,4 auf 250 Milliliter, also 0,8 Kalorien sind hier, oder? Ja, gut, kannst du weglassen. Okay, also davon hatte ich zwei, ähm, dann hab ich mir, äh, Wraps gemacht mit, äh, Rüherei und, äh, vegetarischen Chiwab-Chi-Chi, ähm, und abends hab ich einen Joghurt gegessen und, äh, zwischendrin hatte ich zwei Äpfel. Am Mittwoch hab ich, äh, gebacken, da hab ich eine Scheibe Brot gegessen mit Marmelade drauf und, äh, Butter, aber eine große Scheibe Brot, muss ich dazu sagen. Äh, dann hatte ich noch, ähm, dann hatte ich acht Löffel, äh, acht Löffel Haferflocken mit einem Apfel, einer Birne und einer Banane und, äh, einem Löffel Honig und Nussmix mit Cranberries drinne. Am Donnerstag, gestern war Donnerstag, ne? Hattest du ein geiles Omelette, hab ich gehört. Gestern, gestern hatte ich auf jeden Fall erstmal ein Sandwich aus dem Brot mit vegetarischen Chiwab-Chi-Chi, äh, Mozzarella, eine Scheibe Käse, Kräuler-Budder, aber nicht viel, Kräuler-Quark selber gemacht, aus Mager-Quark, ähm, und abends hatte ich dazu noch ein Omelette mit vier Eiern und das der Rest, also mit den Resten von, von dem Sandwich und zwar Zwiebeln, äh, Zwiebeln, den Mager-Quark, Gurke und den Chiwab-Chi-Chi. Das hab ich die Woche gegessen. Ja, also was ich jetzt schon mal direkt sagen kann, ähm, war eindeutig zu wenig Gemüse mit bei. Ähm, das ist super, super wichtig, ähm, einerseits sättigt das extrem, andererseits, ähm, hat Gemüse sehr viele Vitamine, Spurenelemente und so weiter, also halt für, was die Gesundheit angeht, ist Gemüse einfach unerlässlich. Ähm, man sagt so, fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, also ich, äh, um das irgendwie so ein bisschen in Zahlen auszudrücken, irgendwas zwischen 300 und 500 Gramm Gemüse sollten auf jeden Fall täglich sein. Es gibt auch bestimmte Gemüsesorten, die extrem geil sind, muss auch, also ist vielleicht nicht jedermanns Sache, zum Beispiel Paprika ist ultra gesund, ja, ich selbst hasse Paprika, ich esse keine Paprika, aber für alle, die es essen, kann ich nur empfehlen, mal so eine halbe Paprika am Tag zu essen, da hast du irgendwie schon gefühlt die Hälfte der Vitamine abgedeckt mit. Spinat ist extrem geil, kannst du auch überall reinfeuern. Habe ich heute gekauft übrigens. Spinat, super geil, also schmeckt super, wie gesagt, du hast extrem gute Nährwerte, was Spinat angeht, ähm, Gemüse hat an sich auch sehr wenig Kalorien, also ich, tatsächlich, wenn ich irgendwie essen tracke, zähle ich Gemüse gar nicht mit, weil ich weiß nicht, um sich mit Gemüse irgendwie zu überfressen, was Kalorien angeht, ist, äh, wahrscheinlich fast unmöglich. Ähm, dadurch, dass halt Gemüse mit Wasser gefüllt ist oder viel Wasser, Wasser beinhaltet, bist du eher gesättigt. Gemüse hat sehr viel Ballaststoffe und Ballaststoffe sind, was Ernährung angeht, auch Nonplusultra, die quillen teilweise den Magen auf, dadurch wirst du gesättigt, die sind gut für die Darmbakterien und, 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 und. Ähm. Ich muss noch was einwerfen. Ja. Ich hatte Montag einen riesigen Salat. Ich vergesse das, weil ich halt durch, äh, durch die aktuelle Kopfzeitverschiebung und viel zu tun, habe ich auf der Terrasse gesessen und habe mir einen richtigen Brocken Salat reingeknallt. Das weiß ich, weil heute ist der dritte und der ist am 31. ist der abgelaufen. Und da habe ich den gegessen. Verstehe. Ja, wie gesagt, also Gemüse auf jeden Fall erhöhen. Wie gesagt, brauchst du auch so, was die Kalorien angeht, nicht unbedingt, äh, krass mitberechnen. Vielleicht bei Mais ein bisschen aufpassen, also ich habe, äh, Dosen Mais jetzt in der Tabelle aufgeschrieben, ähm, 100 Gramm Dosen Mais wären halt 102 Kalorien. Das heißt, wenn du, ich weiß nicht, was hat die Dose, ich glaube 200, irgendwie 300 Gramm, also wenn du so eine ganze Dose Dosen Mais wegfeuerst, bist du auch schon mal bei 300 Kalorien halt mehr. Ähm, da vielleicht ein bisschen gucken, aber alles, was irgendwie Tomaten, Gurken, ähm, Salat, Paprika, Spinat, Möhren, etc. kannst du, ja, kannst du eigentlich fast ohne Bedenken essen. Ähm, Obst hast du jetzt oft genug erwähnt. Obst ist auf jeden Fall auch sehr geil, kann ich auch nur empfehlen, gilt ungefähr das gleiche wie für Gemüse. Ähm, ich habe mal einen geilen Spruch gelesen, also Obst ist gut, schmeckt auch, vor allem wenn man irgendwie Bock auf Süßes hat, Gemüse ist tatsächlich aber besser. Also, äh, der Spruch hieß, Obst, äh, Gemüse hält das, was Obst verspricht. Fand ich sehr geil, äh, kann man sich gut merken. Ja, also, da aufpassen oder gucken auch, dass du, möglichst verschiedene Farben nimmst, also nicht irgendwie nur Tomaten jetzt essen oder nur Gurken, sondern alles durcheinander mischen, weil, äh, jede Farbe hat dann ihre eigenen Nährstoffe und so weiter und so fort, ja. Also auch grüne, rote Äpfel, äh, mischen, ähm, grüne, gelbe, rote Paprika, jede hat irgendwie so ihre eigenen Nährstoffe da einfach ein bisschen, ähm, bisschen durchmischen, ein bisschen bunt mischen, sieht auch appetitlicher aus, wenn man ehrlich ist, ja. Und wenn so ein bunter Salatteller vor dir liegt, ist es halt schon ansprechend. Also, das Rührei sah gestern nicht lecker aus, aber es ging trotzdem rein. Ja, gut. Ja. Ja. Es muss nicht immer schön sein, aber ich meine, wenn man Salat macht, gezielt Salat macht und der bunt ist, dann sieht es einfach schöner aus. Das will ich damit sagen. Ähm, Pilze sind sehr geil, also die, ähm, kann ich auch nur empfehlen, kann auch, kann man auch fast überall irgendwie reinfeuern. Kann man braten, backen, kann man in den Salat machen, ähm, und die haben auch so gut wie gar keine Kalorien. Ähm, das einmal dazu, also wie gesagt, da ein bisschen drauf achten, ein bisschen erhöhen, also auf jeden Fall jeden Tag Gemüse und Obst essen, ganz wichtig. Ähm, dann, wenn du sagst, oh ne, die Portion wird mir zu groß, dann vielleicht lieber irgendwas von der, ähm, sag ich mal Kohlenhydratquelle reduzieren oder wenn du irgendwas Fettigeres isst, da vielleicht ein bisschen reduzieren, also nehmen wir jetzt zum Beispiel Käse, einfach den ein bisschen reduzieren, dafür mit Gemüse auffüllen, dass es vom Volumen passt, ähm, sparst du auch nochmal ein paar Kalorien ein, ähm, und so hast du es halt gegeben, dass du jeden Tag Gemüse essen kannst. Ähm, ich persönlich zum Beispiel esse gerne Brechbohnen, also ich kann mir da echt die zwei, dreihundert Gramm einfach kurz in die Pfanne hauen, anbraten und die esse ich irgendwie zu fast allem. Frisch oder aus der Dose? Ähm, gefroren. Ah, okay, ja. Ich kaufe dir gefroren, also ich kaufe aus der Dose nehme ich fast nichts, äh, manchmal so Kichererbsen oder sowas, aber tatsächlich hab ich mir die Kichererbsen auch trocken gekauft, ich leg die lieber über Nacht ein, koch sie am nächsten Tag und, äh, weil dann kann ich auf die Nährwerte besser eingehen. Kichererbsen sind geil, aber kaufst du die eingelegten, hast du auf einmal neun Gramm Eiweiß auf hundert Gramm und bei den, äh, trockenen hast du, ich glaub, äh, was haben wir hier, irgendwas um die zwanzig waren's, äh, da neunzehn Gramm hast du auf, bei der Trockenmasse, ja, wenn du die einlegst, kannst du ganz genau abwiegen und sagen, okay, jetzt nehm ich hundert Gramm Kichererbsen, leg die ein, koch die und mit denen kannst du auch so viel machen, also Kichererbsen, sehr geiles Ding, ich hab mir, ähm, daraus ein Dressing gemacht für den Salat, das heißt Eiweißdressing im Endeffekt. Hundert Gramm Kichererbsen, hab die bisschen mit Öl, also ganz bisschen Öl reingemacht, ähm, Essig auf jeden Fall, damit so etwas säuerlich schmeckt, Salz, Pfeffer, beziehungsweise die Gewürze, auf die man Bock hat, etwas Wasser durch den Mixer gejagt und dann kannst du das als Dressing verwenden, oder kannst du Brot auf Strich draus machen, ähm, gibt wahrscheinlich noch andere Sachen, also, ich kenn halt nicht alle Gerichte, aber da sind so Dinge, die, ähm, man sehr gut verwenden kann, sehr gut integrieren kann, ähm, ja, also Volumen ist wichtig beim Essen, ähm, mir ist das letzte Mal, als wir das Gespräch hatten, mir ist ein Wort entfallen, und zwar Kaloriendichte, die ist wichtig, ähm, du machst es sehr gut, wie du gesagt hast, du machst ja, ich weiß nicht, ob der Chat das weiß, du machst ja nach Bauchgefühl, das heißt, du isst die Menge, und wenn du satt bist, ohne müde zu werden, dann war es für dich ja die richtige Menge. Genau. Ja. Das ist eine sehr gute Methode, wenn man auf den Körper hören kann, und keine Kalorien zählen möchte, muss man allerdings aufpassen, ähm, wenn man jetzt auf die Kaloriendichte eingeht, weil, äh, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Öl, ja, ähm, um dann irgendwie ein Sättigungsgefühl zu haben, müsste man circa ein halbes Liter Öl trinken, ja, und das sind, äh, 4500 Kalorien, ja, aber die, was stellst du so als Verhältnis, deswegen mit Gemüse auffüllen, ähm, Fett halt ein bisschen schauen, beim Braten oder sowas möglichst wenig nehmen, du hast jetzt eine schöne Pfanne geholt, wo du wahrscheinlich gar kein Fett brauchst beim Braten, ja, ansonsten. Das einzige Fett ist wirklich, was ich benutze, ist, wenn ich vegetarische oder veganes Fleischersatz mache, weil, dann ist es ein bisschen mehr tasty, aber das ist wirklich so ein Tröpfchen in der Pfanne, ansonsten mache ich alles ohne Öl mittlerweile. Ja, äh, das geht auch, aber die Leute unterschätzen das halt oft extrem, weil zwischen, also ich sag mal so, wenn du einen Esslöffel Öl nimmst, da sind schon, ähm, was sind das, das sind so 15, 15 Gramm Öl werden es ungefähr sein, äh, das sind ja 140 Kalorien, nur so als Beispiel. Nimmst du jetzt zwei Esslöffel Öl, sind es schon 280, und, äh, ja, Menschen vergessen oft, das mitzuberechnen, die denken sich, ja, das wird ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die denken, vielleicht denken die, das ist verdampft oder so, aber das wird ja auch von der Nahrung aufgenommen, das gibt auch irgendwo Geschmack, und wenn wir ehrlich sind, also mit einem Esslöffel Öl kannst du genauso gut braten, wie mit zwei. Manche feuern da, keine Ahnung, richtig so in die Pfanne mit dem Öl rein, und, äh, dann wird es halt unterschätzt, genauso wie unterschätzt wird, wenn man irgendwie snackt, ja, vergisst man halt recht schnell, also da auch drauf achten, wenn du snacken willst, dann vielleicht lieber im Anschluss an deine Mahlzeit, weil dann snackst du auch weniger, weil du schon satt bist, und, ähm, haust dir nicht so zwischendurch, äh, regelmäßig irgendwie, weiß ich nicht, Riegel zum Beispiel rein. Ähm, da gibt es aber auch gute Möglichkeiten, ähm, sich schöne Snacks zu machen. Wenn wir jetzt beim Thema Gemüse sind, dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe, machst du dir, ich bin ja großer Verfechter von Magerquark, äh, machst du dir Magerquark Dip, schneidest dir Paprika in Streifen und haust dir ab und zu mal so. Das fühle ich absolut. Also diese Magerquark-Geschichte ist einfach, äh, das ist ja so ein richtiges Universalgerät. Magerquark ist wirklich mit Gewürze einfach so ein scheiß Universalgerät gepaart mit Wasser. Ist echt geil, vor allem mit Wasser kannst du eine super Konsistenz bekommen, das ist schon teilweise so Pudding-artig. Ähm, ich hab halt kein Mineralwasser daheim, also Sprudelwasser, ich weiß nicht, wie es damit ist, aber aus Erzählungen, also Leute, mit denen ich halt gesprochen hab, äh, über die Ernährung, die haben gesagt, die machen das zum Beispiel mit, ähm, Sprudelwasser und dann sollst du eine sehr schöne Konsistenz haben. Wie gesagt, ich trinke kein Sprudelwasser, ich hab kein Sprudelwasser daheim, ich kann's jetzt nicht, ich hab's nicht probiert, ich kann's nicht sagen. Ich bin kein Fan von Sprudelwasser. Muss ich mal ausprobieren. Ähm, Sprudelwasser ist auch geil zum Beispiel für, ähm, ja, das eine oder andere Gebäck. Wo Wasser reinkommt, mal Sprudelwasser reinnehmen, dadurch kann's teilweise ein bisschen fluffiger werden. Ähm. Haben wir Kek, warte, was ist bei den Keksen Wasser drin heute? Ne. 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 Ja, ja, den nicht. Braucht man nicht. Äh, die sind, die sind schon durch Dings hier, also durch das Backpulver waren die schon fluffig genug, ehrlich gesagt. Oh, okay. Ja, also ich hab die heute auch zum ersten Mal ausprobiert. Ist egal, ich probier die auch aus heute. Aber waren lecker. Waren echt lecker. Hast du schon alle aufgeregessen? Joa, das war mein Frühstück. So, na gut. Ich hatte heute noch gar nichts, mal gucken, könnt wild werden. So, das war mein Frühstück. Ähm, ja, wie gesagt, also da mit Magerquark lässt sich viel machen, kannst du süß essen, kannst du halt salzig essen, ähm, da kannst du mit backen, kannst du Pancakes draus machen, kannst du Quarkbällchen draus machen, ähm, jetzt die Woche hab ich mir einen geilen, ähm, Käsekuchen gemacht mit Quark, also. Wenn man Quark isst, dann wär's zu schade, es nicht zu tun, weil preislich ist der sehr günstig und du musst halt rechnen, du hast auf ein halbes Kilo Magerquark hast du 60 Gramm Eiweiß. Damit hast du, damit haben die meisten wahrscheinlich schon die Hälfte oder mehr als die Hälfte ihres Tagesbedarfs gedeckt. Ja. Bei der, ähm, jetzt hab ich meinen Fahnen verloren. Achso, wegen der Esserei. Ähm, ja. Ich muss sagen, so jetzt nach meiner Erfahrung, ich finde Essen echt schwer. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich finde Essen echt schwer. Inwiefern? Ähm, also aufgrund der Tatsache, dass diese Gerichte oder das, was ich jetzt esse, mich nicht mehr komplett wegbeamt, also beamt im Sinne von, ich werd super müde, weil super müde ist ja dieses Übersatt, äh, ich kann die Mengen nicht essen. Also ich musste mich gestern Abend um elf, musste ich mich wirklich zwingen, das aufzuessen. Weil einfach, also nicht, weil ich keinen Hunger hatte, sondern dieses innerliche, boah, Alter, jetzt um elf nochmal essen, oh, nee. Und dann hängst du da vor, okay, und rein, und rein, und rein. Also, ähm, für mich ist diese Menge, um alle Werte abzudecken, einfach so immens groß. Also zum Beispiel, wenn du morgens jetzt Haferflocken isst, ne? Also ich mache acht Löffel Haferflocken, äh, ist ja immer dieselbe Zusammenstellung mit Äpfel, Birne, äh, äh, Banane, Honig hatte ich ja vorhin gesagt. Und dann esse ich das, und dann reicht mir das meistens so bis abends. Also wirklich auch so vom Energiehaushalt her. Und mich dann abends nochmal hinzusetzen und noch mehr zu essen als einen Skier, also so ein 500, äh, Gramm Becher, ist meistens echt nicht drinne. Also ist wirklich selten. So von der Motivation her noch mehr zu essen. Also das ist nicht die, dass die Motivation weg ist irgendwie wegen Abnehmerei oder so, sondern einfach die Essmotivation ist gar nicht da. Ähm, was man probieren könnte, die Mahlzeit, die du dann auf einmal verdrückst, eventuell so auf zwei aufzuteilen. Also eine Mahlzeit halt in kleinere Mahlzeiten dann aufzuteilen, dass du, ähm, ja, schneller Hunger bekommst, dass dein Magen eventuell nicht so gesättigt ist und dann ein paar Stunden später nochmal eine kleinere Mahlzeit. Also sagen wir mal, jetzt nehmen wir das Frühstück, kannst du halt in zwei Teilen. Kannst du dann irgendwie direkt morgens nach dem Aufstehen essen und zwei, drei Stunden später kannst du den, äh, zweiten Teil nochmal essen. Ähm, abends, wenn du weißt, okay, ich mach mir heute Rührei ein, machst du dir das vielleicht ein bisschen früher, isst dann ein Teil um 17 Uhr, den anderen Teil isst du dann nochmal um 20, 21 Uhr. Sowas könnte man probieren. Wie gesagt, dass du das so ein bisschen auf kleinere Mengen aufteilst, weil, ähm, ähm, wie hier gerade geschrieben wurde, Magen wird halt kleiner, also das kann durchaus sein. Also die Leute, die halt extrem viel essen, nehmen wir jetzt mal extrem Beispiel Body. Oh oh, sind wir noch live? Bilder, die dann anfangen, irgendwie super krass Muskeln aufzubauen. Ja, ähm, die hauen sich halt ordentliche Mengen rein und dadurch dehnt sich der Magen und wenn du dann anfängst, kleinere Mengen oder weniger zu essen, dann schrumpft der Magen auch ein bisschen. Ähm, das ist völlig normal. Da kannst du einfach versuchen, das zu kompensieren, indem du eben die Mahlzeiten, ähm, aufteilst. Also dass du dann aus deinen zwei Mahlzeiten machst halt vier Mahlzeiten, dafür hast du auch jedes Mal eine kleinere Portion. Ähm, das muss man probieren, das muss man schauen. Also es gibt halt keine pauschale, das ist prinzipiell, also bei Ernährung gibt es keine pauschale Lösung. Ja, also auch mal kurz für alle, weil viele so, welche Diät und dies und das und Ananas gibt es nicht. Ja, die, die, die beste Diät ist die, die halt funktioniert und das ist bei jedem eben anders. Ja, und ähm, Diät ist einfach eine Ernährungsumstellung, damit man das nicht irgendwie direkt hier mit Kaloriendefizit vergleicht. Deswegen, du musst halt schauen, welche Ernährungsumstellung dann dir gefällt. Wenn das jetzt nicht funktioniert und du sagst, ey, ich hab gar keine Motivation, kleinere Portionen. Probier's mit kleineren Portionen, schau, wie es dir dann geht, gibst du Feedback, dann können wir nochmal dran, ähm, pfeilen, wenn es sein muss. Ja. Äh, Androssa, um kurz deinen, deinen, äh, Einwand nochmal, äh, aufzugreifen. Also ich laufe jeden Tag und ich bin eigentlich jeden Tag, bevor ich ins Bett gehe, sehr viel in Bewegung. Also an Bewegung, glaube ich, scheitert es aktuell nicht, würde ich sagen. Also würde ich jetzt mal wirklich so vermuten. Das denke ich. Es ist halt einfach so kein, kein, kein Hunger da. Also es ist, also Hunger, also ich glaube nicht, ich würde nicht sagen, dass dieses Hunger, so Hunger, Hunger, zum Beispiel gestern Abend, als wir beide trainiert haben, also wir haben ja gestern noch zwei Stunden miteinander, äh, telefoniert, also für euch mal, damit ihr auch vorstellen könnt, äh, wie wir das machen. Also Vladi und ich, wir machen einen Videocall und Vladi beobachtet halt alles, was ich tue und begleitet mich, äh, in meinen Übungen und sagt mir halt manchmal, ey, hier, da geht noch ein bisschen mehr, da können wir noch ein bisschen was machen, wir stellen dies um, das um. Und, äh, ich hatte gestern wirklich einen sehr, sehr langen Tag, aber ich hatte abends echt keinen Hunger und ich hatte, äh, ich hatte jetzt das Sandwich, aber das kann auch sein, dass das halt durch die, durch das Brot kam, das dann immer noch so sehr gesättigt war. Und ich hatte noch, na gut, ich hatte zwischendurch noch zwei Äpfel. Also, die habe ich mir dann zwischendurch auch nochmal reingezwungen. Also momentan ist es echt viel mit Zwang verbunden. Also nicht, äh, Zwang nicht im Sinne von die Ernährung, äh, so zu machen, dass sie gut ist, also gut im Sinne von, äh, nährstoffhaltig, kann man das so sagen, ja, ne, nährstoffhaltig, sondern eher im Sinne von die Menge. Und ich weiß, dass ich die Menge essen könnte und das auch gar kein Problem ist, aber ich kriege das nicht runter. Also nicht diese Menge. Ich habe wirklich gestern Abend an dem Tisch gesagt, so, Alter, nee, ich, nee, und, äh, 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 äh. Und dann probieren wir das halt mit, mit kleineren, ähm, mit kleineren Portionen. Wie gesagt, du isst dann im Endeffekt die gleiche Menge am Tag, aber du teilst das einfach auf mehrere Mahlzeiten auf. Das kann, das kann durchaus gut funktionieren. Probier das mal und dann, ähm, dann schauen wir, wie das halt, äh, läuft. Und dann hast du auch vielleicht weniger Gefahr, dass du dir irgendwie, ähm, irgendwas zwischendurch snackst oder sowas. Ja, weil dann, du hast ja dann mehr Mahlzeiten. Und dann denkst du dir, okay, jetzt könnte ich was snacken, hast aber noch, äh, dein Frühstück sozusagen, was du drauf essen musst oder Teil 2 deines Frühstücks. Ja, müsste man wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen dann vorbereiten. Also, so Kleinigkeiten. So wie die Kekse heute, weißt du, dass man die in den Kühlschrank legt und wenn man mal einen möchte, dann... Ja, zum Beispiel. So was kannst du machen. Ansonsten, ähm, du hast ja, hab ich ja schon gesehen, also Obst klein schneiden. Irgendwo reinpacken. Ja. Ähm, warum ist eigentlich nur, also ist eigentlich nur psychologisch, weil wenn du jetzt irgendwie einen Apfel am Stück hast, haust du den direkt weg. Ja. Also die meisten würden das so tun. Schneidest du ihn in Stücke, kannst du wie, als ob das jetzt Gummibärchen wären, kannst du halt immer wieder ein Stück nehmen. Kannst du einfach zacken, Apfel hier ein Stück, da ein Stück. Ähm, und du hast, du hast so vom Kopf her das gleiche Gefühl, als würdest du halt regelmäßig so ein bisschen snacken. Mhm. Ähm, aber du hast im Endeffekt wenige Kalorien aufgenommen. Äh, einfach, dass man einen Vergleich hat, ich hab das nämlich tatsächlich mal verglichen, weil ich mal Bock drauf hatte, das zu sehen. Ähm, 100 Gramm Gummibärchen sind irgendwie so fünf, sechs Pfirsiche von den Kalorien her. Ja. Und dann muss man sich halt überlegen, was macht dich im Endeffekt satter und welcher Mensch ist sechs Pfirsiche. Ich hab das mal, ähm, so als nebeneinander gelegten Foto gemacht, dachte mir so, das ist krass. Ich hab's, man weiß es so ungefähr, aber wenn du's mal gesehen hast, denkst du dir, ey, das ist ja der Wahnsinn, was das für Mengen sind, ja. So sechs Pfirsiche, kein Mensch isst sechs Pfirsiche. Also, ich würd's nicht tun, aber, also, keine Ahnung, was isst man dann? Zwei, drei Pfirsiche und dann ist gut. Also ich glaub, sechs Äpfel könnte ich auf jeden Fall schon wegknallen. Ja? Also. Ja. Aber nur so als Vergleich und trotzdem, sechs Äpfel, das wären dann, das wär wahrscheinlich, ähm, ja gut, im Kopf hab ich's jetzt nicht, aber vermutlich so eine ganze Packung Gummibärchen. Trotzdem von der Menge her, ja, eine ganze Packung Gummibärchen sind 200 Gramm, sechs Äpfel sind über ein halbes Kilo. Ja. Ja, da bist du halt ordentlich satt, hast aber auch Vitamine aufgenommen, hast Ballaststoffe aufgenommen und so weiter und so fort. Hast du zum Beispiel bei Gummibärchen nicht. Heißt aber nicht, dass Gummibärchen schlecht sind, wenn man Bock hat, dann, äh, go for it. Ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich das selber ein bisschen geändert hab, also ich, ich, ich fahr ja keine Verzicht, äh, Ernährung. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Tag habe, wo ich sag, ich, ich backe jetzt ein Brot und knall mir, äh, äh, weiß nicht, ein Marmeladenbrot rein, dann, äh, geh ich halt einfach danach nochmal 15 Minuten laufen oder so. Weil, ich glaube, dass das für mich selber, und das merke ich jetzt auch gerade, äh, sich keine Limits zu setzen, äh, sich keine Limits, äh, zu setzen, dann, äh, das geht halt schon gut rein. Also, das ist halt viel, viel, äh, viel fetziger für den Kopf, weil du sagen kannst, ey, scheiße, ich kann, ich kann halt auch einfach mal eine Pizza fressen, wenn ich da Bock drauf hab. Aber auf der anderen Seite, na gut, dann musst du halt deinen Arsch bewegen und laufen gehen, so. Wenn du die Pizza haben möchtest, dann ist das der Kompromiss, ne? Richtig, also, es ist besser mit, sag ich mal, einem Belohnungssystem zu arbeiten, als mit einem, ähm, Verbots- oder Verzicht oder irgendwie Strafsystem, weil manche strafen sich dann für, keine Ahnung was. Also, es ist eine sehr gute Methode, ich hab auch Leute kennengelernt, die sagen dann so, echt, ganz ehrlich, ich mach Sport, damit ich mir abends in Ruhe mein Bier gönnen kann, ohne dass ich mir irgendwie Kopf machen muss. Ist okay, also, ganz ehrlich, wenn das das Ziel ist, ähm, warum nicht? Funktioniert ganz gut, wenn man sich dann, ähm, gewissermaßen belohnt. Man muss es halt nur abwägen können, also man muss halt verstehen, wenn man jetzt zwei Stunden Kraftsport gemacht hat, ja, Krafttraining, das sind vielleicht drei bis vierhundert Kalorien, die man verbrannt hat, das ist eine halbe Pizza. Also, wenn man jetzt, keine Ahnung, ähm, dreimal die Woche Krafttraining macht, ah, zwei Stunden jetzt, das ist schon sehr viel, ähm, heißt das nicht, dass man fünf Pizzen in der Woche essen kann. Ja, das muss man halt verstehen, also, aber ansonsten kannst du das als Belohnung sehen, du kannst dann sagen, ey, ganz ehrlich, ich hab mir jetzt den Arsch aufgerissen, ich hab Sport gemacht, ich hab mich bewegt, ich hab trainiert, was auch immer, ich hab die ganze Zeit Gemüse, Obst, etc. gegessen, ich hab mir meine Pizza verdient. Erstens, hast du dir dadurch nichts verboten, du hast dir die Pizza nicht verboten, zweitens, fühlt sich die Pizza besser an, weil du die dann auch nicht jeden Tag essen würdest, ja, wenn man jetzt nicht irgendwie nach irgendwelchen Systemen läuft oder sich nicht selbst da irgendwie so eine Strategie gebaut hat, kann es halt passieren, dass man dann so, ja, heute Pizza, morgen Pizza, oh nee, heute hab ich keinen Bock zu kochen und so weiter und so fort, was eigentlich nicht schlimm wäre, wenn der Rest der Ernährung, ähm, gut ist. Man sagt nämlich, 20% der Ernährung am Tag dürfen durchaus Schrott sein, also in Anführungsstrichen, ja, ähm, wird's halt nicht als Schrott bezeichnen, aber die meisten wissen halt, was damit gemeint ist. Und 80% der Ernährung sollen halt dann aus Gemüse, Obst bestehen, Vollkornprodukte, äh, gesunde Eiweißquellen und so weiter und so fort. Und wenn man das, ähm, gut, nicht jeder wird dann abwiegen und gucken, aber so ungefähr. Ja, wenn man regelmäßig Sport macht, dann kann man sich ein-, zweimal die Woche in eine Pizza gönnen. Gar kein Problem. Also wenn man sich regelmäßig halt sportlich betätigt oder bewegt und anständig ernährt, auf die Nährstoffe achtet, dann wird der Körper bestimmt nicht kaputt gehen, weil man sich jetzt irgendwie zweimal die Woche in eine Pizza reinhaut. Weil man muss ja auch gesellschaftlich oder sozial denken, ähm, die wenigsten von uns sind dann krasse Bodybuilder, die irgendwie, ähm, auf die Bühne gehen oder irgendwelche Fitnessmodels, Instagrammodels, ähm, man hat Freunde, die man trifft, man geht ins Restaurant und so weiter und so fort und dann muss man halt abwägen, was ist einem wichtiger. Will man jetzt, ähm, irgendwie die nächsten drei Monate so richtig strikt durchziehen und dann auf Spaß verzichten, um dann nach den drei Monaten wieder einen Rückfall zu haben oder will man die drei Monate vielleicht ein bisschen weniger drauf achten, mehr Spaß haben und das auch langfristig machen, weil man eben Spaß macht und trotzdem Fortschritte macht. Aber du darfst nicht vergessen, wir haben alle keine Freunde, wir sind im Winter. Ja, man kann ja irgendwie so Social Eating machen miteinander. Aber ich meine halt, manchmal hat man einfach Bock, sich abends was zu bestellen. Ja, man denkt sich, fuck it, ich hab keinen Bock zu kochen, ich bestell mir jetzt einen Döner, was weiß ich. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht? Also du denkst nicht mal dran. Ja, muss man, jeder hat so seins. Also ich bin zum Beispiel, äh, für mich ist, also für mich sind tatsächlich Gummibärchen so mehr oder weniger eine Schwäche. Also ich kann keine Gummibärchen hier liegen haben, ohne dass ich sie direkt inhaliere. Ich kaufe sie mir selten, aber wenn ich sie kaufe, sind die in fünf Minuten weg. Ich hatte, ich hatte, ich hatte ohne Scheiße, ich hatte drei Wochen eine Tüte Gummibärchen in meinem Haus. Meine Lieblingsgummibärchen, die lagen hier unten neben meinem Rick. Irgendwann lagen sie da und dann hab ich sie verschenkt. Weil die lagen wirklich nur rum. Ich hab die nicht ange... Also ich hatte manchmal so an Tagen, wo, äh, es gibt ja so Tage, wo du einfach komplett aus dem Leben gekickt wirst, wo halt alles, äh, nicht funktioniert und man sich so denkt, ach scheiße, jetzt mal eine Süßigkeit rein, äh, donnern. Selbst dann hab ich die nicht angefangen. Ich hatte sie in der Hand und hab sie wieder weggelegt. Also ich bin momentan, ich muss wirklich sagen, äh, bei mir ist das so weit, äh, mittlerweile angekommen, dass, wenn ich wirklich was essen möchte, dann mach ich mir in Anführungsstrichen was Vernünftiges. Also dann geh ich wirklich in die Küche und mach mir was Ordentliches zu essen. Ja, also, ich mein, spricht nichts dagegen. Wie gesagt, bei mir kommt's, keine Ahnung, einmal in zwei Wochen vor, da geh ich hin, kauf mir ein Packung Gummibärchen, die ist direkt weg und dann war's das auch schon für mich. Dann reicht das für die nächsten zwei Wochen. Ich kenn aber Menschen, die können, ich weiß nicht, wie es geht, die können halt, die greifen mit der Hand rein in die Gummibärchen, also in die Packung, essen die, fertig, der Rest liegt da. Oh, das geht nicht. Deswegen hab ich fast nie was zu Hause. Wenn ich was will, geh ich hin, kauf mir das, aber zu Hause hab ich nie was, weil ich hab mich da selbst nicht unter Kontrolle. Also, da bin ich ganz ehrlich. Ich hab mich aber so unter Kontrolle, dass ich mir das nur dann kaufe, wenn ich wirklich Bock drauf hab, also wenn ich richtig starkes Verlangen danach habe, dann geh ich hin und kauf's mir. Ansonsten weiß ich ganz genau, wenn ich's daheim hab, werd ich's essen. Ob ich's brauch oder ob ich's stark will oder nicht, ist egal, ich werd's einfach essen aus, ja, keine Ahnung. Ich hab mich da einfach nicht unter Kontrolle. Also hab ich so, für mich ist meine Strategie eben nur dann zu holen, wenn ich wirklich Bock hab. Das sind aber auch so Tage, ich sitz dann teilweise da und denk mir so, boah, ey, wenn ich jetzt meine Gummibärchen nicht bekomme, dann schlage ich irgendwen. Ja, und dann geh ich hin und dann hol ich sie mir, bevor ich's tatsächlich umsetze. Es ist halt so, das find ich halt das Schöne, was ich selber für mich auch so jetzt festgestellt hab, dieses völlig ohne Zwang reindiven in diese neuen Dinge ist halt mega geil. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich hab mir jetzt extra ne Küchenmaschine gekauft, damit ich mir selber Brot backen kann. Damit ich weiß, was da drin ist halt. Dass ich mir, du findest ja nicht immer Dinkelbrot, dann hast du Zusatzstoffe drin in den ganzen Käse. Ja. Und jetzt hab ich halt einmal mein eigenes Brot gemacht, naja, jetzt steh ich heute da und mach mir gleich nochmal welches, weil es so gut war. Und mir macht das ehrlich gesagt mittlerweile Spaß. Also auch das, was ich gestern Abend gemacht hab, das Essen, so das passiert halt jetzt, ist es so in den Tag mit involviert und drinnen, dass das für mich völlig normal ist und gar kein Hindernis darstellen. Also ich stell mich halt einfach abends hin und mach mir ein Omelette um elf und telefonier halt nebenbei oder weiß der Geier was. Ja, so soll es halt auch sein. Es muss, also egal ob Sport oder Ernährung, es muss einfach Spaß machen. Wenn man gezwungen, wenn man sich gezwungen fühlt, so, ich sag mal, das menschliche Wesen ist halt so, wenn man irgendwie gezwungen wird oder sich selbst zwingt, dann rebelliert man irgendwann, früher oder später, ja. Wenn einem irgendwie was verboten wird oder wenn man sich selbst was verbietet, dann kommt eines Tages der Punkt, wo du dann richtig ausrastest. Dann hast du die letzten sechs Monate auf Schokolade verzichtet und nach den sechs Monaten ist dann die Sicherung durchgebrannt, dann haust du dir direkt ein Kilo Schokolade rein. Und jeder hat so seine Schwelle. Also wie gesagt, wenn man nicht gerade Geld damit verdient mit seinem Aussehen, selbst die haben wahrscheinlich solche Anfälle, wird eines Tages der Punkt kommen, wo du einfach komplett durchdrehst und dann einfach richtig eskalierst. Und um das zu vermeiden, sollte man sich bis dahin halt nichts oder an sich nichts verbieten. Und wenn man Bock hat, einfach gönnen und verstehen, dass kein Lebensmittel schlecht ist, ja. Es gilt eigentlich wie überall, die Dosis macht das Gift. Also ein Löffel Zucker bringt dich nicht um, aber jeden Tag ein Kilo Zucker vernichten kann dafür sorgen, dass du halt ein Krankheitsbild entwickelst. Das ist, das sollte jedem klar sein, das sollten Menschen verstehen. Man sollte verstehen, Verzicht ist schlecht für die geistige Gesundheit in dem Fall. Ja, Essen ist neutral. Essen sollte man neutral bewerten. Ja, es gibt Lebensmittel, die nicht gesundheitsförderlich sind, aber die auch in bestimmten Mengen oder in geringen Mengen nicht gesundheitsschädlich sind. Und Zucker ist halt so das typische Beispiel. Also, ja, wenn du, keine Ahnung, wenn du aufgrund von Zucker, sage ich mal, stark übergewichtig wirst, also krank übergewichtig wirst, wenn man jetzt zwei, drei Kilo irgendwie zu viel hat, dann macht das auch nichts aus. Aber wenn man krank übergewichtig wird aufgrund von Zucker, dann ist nicht der Zucker schuld daran, dass man Krankheiten hat, sondern einfach diese fehlende Selbstkontrolle, dass man in Übermaß Zucker so konsumiert hat, dass man im Prinzip im Kalorienüberschuss ist, extrem zugenommen hat. Und aufgrund des Übergewichts entwickeln sich auf einmal Krankheiten. Ja, das ist eher wahrscheinlich, dass das so auftritt, als irgendwie, dass wenn du Zucker konsumierst, dadurch krank geworden bist. Ja, weil Zucker zum Beispiel hat eine sehr krasse Kaloriendichte. Also, wie gesagt, zum Beispiel Süßgetränke. Ja, ich sag mal, nehmen wir jetzt die Fanta, wenn du jetzt so einen Liter Fanta wegpumpen, ist gar kein Problem. Die macht aber nicht satt, gar nichts. Die kann eher dafür sogar sorgen, dass man vielleicht Heißhungerattacken bekommt, weil der Blutzuckerspiegel halt extrem steigt und sinkt, je nachdem, wie schnell man die weggepumpt hat. Und dann hast du, weiß ich nicht, dann hast du 300 Kalorien oder so einfach so weg. Die sind einfach weg. Also, die haben dich nicht gesättigt, aber die hast du einfach aufgenommen. Ja, auch gleiches Spiel zum Beispiel bei Alkohol. Alkohol hat fast so viele Kalorien wie Fett. Also, ein, ein, was war das, ein Gramm Alkohol hat, ähm, sieben Kalorien. Ein Gramm Fett hat neun Kalorien. Ähm, und Alkohol hat auch, der bringt dem Körper nichts, ja. Heißt nicht, dass man ihn nicht trinken soll. Also, wenn man das im gesunden Maße macht und irgendwie am Wochenende sich ein, zwei Bierchen gönnt, also, dadurch geht die Welt nicht unter. So, für die, die jetzt irgendwie sagen, ja, was mit Alkohol oder ich trinke mal gerne ein Bierchen, ja, mach es. Also, passiert dem Körper nichts. Wenn der Rest stimmt, ist alles in Ordnung. Einfach, ähm, ja, einfach das Mindset, da mit dem richtigen Mindset drangehen. Das ist halt gut bei dir, das hab ich halt festgestellt. Du sagst, ne, verbiet nix, ich gönne mir, wenn ich Bock hab, ja. Ähm, du isst nach Bauchgefühl, was auch sehr gut ist. Das sollte, sag ich mal, bei jedem irgendwo das Ziel sein, dass man lernt, auf den Körper zu hören, weil ich kann alles erzählen, was ich will, aber der eigene Körper weiß, am besten Bescheid, was gut für einen ist. Nur wird uns das seit der Kindheit so beigebracht, das ist gesund, das ist nicht gesund. Davon darfst du essen, davon darfst du nicht essen. Und so pendelt sich das ein. Ähm, und wir leben dann unser Leben lang so. Ja, aber der eigene Körper weiß ja wohl besser, was gut für einen ist, als irgendein Typ, jetzt sag ich mal, im Internet, der, egal welche Qualifikation ich hab, ja, ich kann trotzdem nicht in deinen Körper reinschauen und sagen, das ist perfekt für dich. Ich kann dir nur, ich sag immer so, ich bin so der Wegweiser, gehen musst du selber. Ich kann dir halt so zeigen, was ist, in welche Richtung kannst du halt gehen, was kannst du machen, was kannst du so ein bisschen abändern, so strategisch an das Ganze rangehen. Aber im Endeffekt musst du halt auf deinen Körper hören und, ähm, schauen, was dein Körper dir für Signale sendet, auch beim Sport. Ja, eine Übung kann gut sein für dein Knie. Ähm, beim anderen ist die schlecht fürs Knie. Das ist jeder ein bisschen individuell. Ja. Äh, falls ihr übrigens noch Fragen diesbezüglich stellen wollt, wir haben im Discord, im Feedback-Bereich Ernährungsfragen, äh, einen Kanal. Da könnt ihr eure Fragen noch reinzimmern oder wir machen das gleich über den Chat, also, weil ich glaube, wir sind für mich größtenteils eigentlich durch. Also, weil ich, wie Vladi ja schon sagt, das relativ gut mache. Ich habe übrigens nichts dazu gelesen, by the way. Also, ich habe mir, äh, das alles so, äh, durchaus probierend und spielerische, äh, ja, Leidenschaft rausgesucht und tausche mich viel mit Vladi aus. Also, wir telefonieren und schreiben fast, naja, fast täglich. Also, nicht telefonieren, aber schreiben. Und, äh, weil wir uns halt gegenseitig Feedback geben, äh, oder ich gebe Vladi Feedback, wie das, äh, wie das ankommt. Und, ähm, das ist halt echt extrem. Also, es ist für mich ein ultra-positiver Wandel, was Ernährung eigentlich mit allem macht. Weil du hast halt, was ich halt extrem gut finde, wenn man zum Beispiel so Schokolade sich reinzimmert, hat man ja immer erstmal so ein bisschen Glücksgefühle und man freut sich und es ist tippitoppi. Aber der Downer danach ist halt richtig kacki, wenn, äh, wenn dein Körper halt dabei ist, das alles abzubauen. Und wenn du dich, ähm, ähm, also bei mir zumindest ist das so, wenn man sich, äh, so wie gestern Abend, sich halt in den Rührei, äh, so ein Rührei reinknallt, äh, mit, also in der Konstellation, wie wir das gemacht haben, äh, dann, dann fühlt man sich nicht mal schlecht, weil man geht ins Bett, man wird davon nicht müde, man merkt, der Körper hat einfach nicht so viel zu tun über Nacht, aber du hast das eingeworfen, was dein Körper noch braucht, um, weiß nicht, deine Muskeln zu versorgen. Und, äh, so dieses spielerische Rangehen an die ganze Sache macht echt super viel Spaß. Es macht wirklich so viel Spaß. Ist Wahnsinn. Also, ich hab da richtig Bock drauf. Sehr gut. Freut mich. Und du musst zugeben, wenn man sich nur ein bisschen damit irgendwie so befasst hat und, sag ich mal, die Basics verstanden hat, ist es auch gar nicht so schwer, wie manche das, äh, vielleicht manch allem weiß machen wollen. Also, manchmal wird das ja verkauft wie so Raketenwissenschaft. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Also, im, im Grunde halt, achte auf deine, ähm, Nährstoffe, halt Vitamine, Minerale und sowas, die sind ganz wichtig. Ähm, achte auf deine Proteinzufuhr. Ähm, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Ähm, achte einfach darauf, dass du keine verarbeiteten Lebensmittel oder möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel isst, weil da ist auch oft irgendwie, ähm, ja, es gibt sowas wie, es nennt sich Transfette, die halt, die zerstören deine Gesundheit komplett, wenn man zu viel davon konsumiert. Die sind oft in fertigen Produkten. Da einfach drauf achten. Heißt aber nicht, dass man die komplett weglassen soll. Ähm, und, äh, und achte je nachdem, ob du jetzt zunehmen oder abnehmen willst auf deine Kalorien, wenn man nicht zählen möchte. Jetzt ganz guter Tipp für alle. Ich würde jetzt mal in den Raum werfen, bei den meisten ist die Ernährung aktuell so, wenn die sich jetzt nicht extrem damit beschäftigen, dass man weder zu noch abnimmt. Das heißt, ihr seid isokalorisch unterwegs. Ja, ihr habt plus minus null. Wollt ihr jetzt abnehmen, müsst ihr einfach schauen, dass ihr von der Menge ein bisschen reduziert. Ja, und dann schaut ihr einfach, wo geht euer Gewicht hin. Ja, wenn das runtergeht, einfach so beibehalten. Wenn es zu krass runtergeht, also wenn es irgendwie mehr als ein Kilo auf einmal pro Woche ist, dann ist es vielleicht zu viel und man hungert die ganze Zeit, weil man irgendwie 500 Kalorien am Tag isst, dann ist das Defizit ein bisschen zu krass. Aber ansonsten so drei bis 500 Kalorien halt weniger. Und wie gesagt, so einfach mal von den Nudeln ein bisschen weniger und dann mit Gemüse auffüllen. Dann habt ihr, wie gesagt, zwei Fliegen auch mit einer Klappe. Ihr habt mehr Gemüse, ihr habt weniger Kalorien. Und ja, nach oben genau das Gleiche. Aufpassen, auch für dich als Tipp. Es könnte passieren, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du keine Fortschritte mehr machst, was dein Gewicht angeht. Es lohnt sich, regelmäßig Diätpausen zu machen, beziehungsweise Kaloriendefizit Pausen zu machen. Also es lohnt sich mal, wenn man jetzt, weiß ich nicht, seit einem halben Jahr oder so am Abnehmen ist, was eigentlich schon zu viel ist, also eher so alle drei Monate mal für vier bis sechs Wochen sich so ernähren, dass man plus minus null hat. Weil es kann passieren, dass dein, oder dass der Hormonhaushalt nicht hinterherkommt. Und es gibt so etwas, das nennt sich Settling Point. Das ist sozusagen dein Ist-Zustand. Und sagen wir mal, du, sagen wir mal jemand, das ist jetzt extrem übergewichtig. Sein Ist-Zustand ist bei 120 oder 130 Kilo. Er nimmt jetzt in einem halben Jahr 50 ab, aber sein Ist-Zustand hat sich nicht gewandelt. Der ist immer noch bei den 130 Kilo. Das heißt, deswegen werden viele auch rückfällig und steigen dann von den 50 Kilo, die die abgenommen haben, haben die ganz schnell wieder die 50 wieder drauf. Dann kommt der Hunger, weil die Hormone nicht hinterherkommen. Da lohnt sich halt, das Ganze langsam zu machen, zum Beispiel. Und wie gesagt, regelmäßig mal Pausen einlegen. Beim Sport lohnt sich halt auch, regelmäßig Pausen einzulegen. Also der Körper ist einfach keine Maschine. Wir wollen uns, wir wollen zwar unseren Körper immer zu einer Maschine machen, aber der ist keine, der braucht Pausen. Egal ob Sport oder Ernährung oder sonst irgendwas. Man braucht einfach Pausen, ja. Leute fliegen in den Urlaub, weil die die Pause von der Arbeit brauchen. Und wenn du ständig halt Kalorien reduziert isst, brauchst du eine Pause von diesem Kaloriendefizit. Problem ist, viele schieben dann Panik, weil die fangen an, sich irgendwie plus minus null Kalorien zu ernähren. Gewicht geht hoch. Das ist normal. Hat nicht zu bedeuten, dass man irgendwie Fett zugenommen hat. Ja, es kann einfach nur Wasserhaushalt sein, der wieder nach oben gegangen ist, weil man zum Beispiel Kohlenhydrate erhöht hat. Da einfach keine Panik schieben. Besser so, als wenn man zu schnell abgenommen hat und dann die Hormone nicht hinterherkommen und man den ganzen Tag Hunger leidet und dann ein weiteres halbes Jahr oder weiteres Jahr in diesem Hungergefühl halt verharren muss, damit die Hormone sich mal endlich regulieren und man diesen Isstzustand auf ein anderes Level gebracht hat. Da deswegen ein bisschen aufpassen. Also wenn man stagniert vor allem, nicht die Kalorien weiter reduzieren, vielleicht einfach mal eine Diätpause einlegen. Macht durchaus mehr Sinn und man kann sich freuen, man darf dann mal ein bisschen mehr essen und ein bisschen mehr werden. Ich finde das Wort Diät so komisch. Ja, ich verwende es, weil es halt eingebürgert ist. Also Diät heißt eigentlich Ernährungsweise, Ernährungsart. Das bedeutet eigentlich Diät. Aber in unserem Sprachgebrauch heißt Diät Kaloriendefizit. Ja, also vegan zu ernähren ist eine Diät, sich Paleo zu ernähren ist eine Diät, sich irgendwie Ketogen zu ernähren ist auch eine Diät. Das sind alles Diäten. Heißt aber nicht, dass, also Diät ist nicht gleichzeitig Kaloriendefizit. Aber wird jetzt schwierig sein, das allen so beizubringen, dass die es halt so verstehen. Deswegen sage ich einfach Diät, dann haben alle verstanden, dann ist easy. Also einfach nur, wie gesagt, Pausen einlegen beim Sport. Man wird halt, also Sport auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, halbes Jahr sich nur steigert, wird wahrscheinlich nicht passieren. Irgendwann haut es den Körper weg. Also irgendwann holt sich der Körper die Pause zurück oder die Pause, wenn er sie braucht. Der sagt dann, gut, jetzt bist du mal zwei Wochen krank, jetzt darfst du im Bett liegen. So als Beispiel. Bei Ernährung eher unwahrscheinlich, aber wie gesagt, Hormonhaushalt kann durchaus gestört sein, kommt nicht hinterher, weil man zu schnell abgenommen hat. Hormone hängen noch bei den 130 Kilo, obwohl man bei 80 Kilo ist. Und dann achtet man nicht mehr drauf und dann ist man ganz schnell wieder bei den 130 Kilo. So als gut gemeinter Rat, was Gewichtskontrolle angeht. Und das ist genauso nach oben. Also wenn man zunehmen will, wenn man jetzt irgendwie 80 wiegt und auf 100 hoch will und zu schnell, zu krass zugenommen hat und dann auf einmal sich versucht, sage ich mal, normal zu ernähren, dann kann es passieren, dass man ganz schnell wieder auf das Gewicht runter droppt. Also zunehmen, abnehmen ist beides schwierig. Also je nachdem, was für ein Körper, oder je nachdem, was für ein Mensch ist und in welche Richtung man will. Ist man übergewichtig und will abnehmen, ist es schwierig, ist man untergewichtig oder sehr schmal, sehr dünn und will zunehmen, ist es auch schwierig. Ist halt richtige Arbeit. Wollen wir noch ein paar Fragen aus dem Chat aufgreifen? Ja, ganz kurz noch zu Eiweiß. Ich würde jetzt mal so Pi mal Daumen, was du gesagt hast, bist du in einem sehr guten Bereich. Wir haben das ja schon mal angesprochen. Also irgendwas zwischen 1,6 und 2,2 Gramm Eiweiß, sagt man, sollte man am Tag essen. Also braucht man jetzt nicht unbedingt abzuwiegen. Ist halt auch manchmal schwierig, wenn man sich nur irgendwie 60 Gramm Eiweiß am Tag reinpfeift und dann auf einmal auf, keine Ahnung, das Dreifache oder das Doppelte hochgehen soll, weil es so empfohlen ist, da einfach so ein bisschen stetig steigern. Du kannst ja in die Tabelle dann schauen und sagen, okay, guck mal, da ist eine sehr magere Eiweißquelle, da nehme ich vielleicht mal ein bisschen mehr von. Ja, also Eiweiß ist an sich gut. Um Eiweiß zu verstoffwechseln, braucht der Körper mehr Energie als zum Beispiel, um Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Ich glaube, das sind irgendwie um die 20 Prozent. Das heißt, also 20 Prozent der Kalorien, die durch Eiweiß aufgenommen werden, werden auch dafür oder werden direkt verbrannt. Bei Kohlenhydraten sind es, glaube ich, fünf oder zehn Prozent. Also die Zahlen weiß ich nicht im Kopf, aber das Verhältnis ist auf jeden Fall extrem. Deswegen lohnt sich Eiweiß zu essen. Eiweiß sättigt sehr gut. Eiweiß ist für viele Bauprozesse im Körper zuständig. Erst recht, wenn man Kraftsport macht. Ja, das Ziel ist beim Kraftsport immer Muskeln aufzubauen. Egal jetzt wie extrem, aber das Ziel ist immer, um Muskeln aufzubauen. Und um die zu reparieren oder damit man Baustoffe für die Muskeln hat, ist Eiweiß non plus ultra. Genauso wie man abnimmt, will man keine Muskeln verlieren. Also braucht man, sollte man Eiweiß, genug Eiweiß essen, damit eben dieser Abbauprozess sehr stark abgebremst wird. Ja. Einfach gucken, wie gesagt, mageres Eiweiß. Da hast du, hast du viele Möglichkeiten. Hier Harzer Käse kannst du dir gönnen, wenn du Bock hast. Ist das Stinkerkäse? Ja. Ja, das ist, der ist halt, also ich kenne Leute, die essen den, ich, boah, nee, ich hab nur mal dran gerochen, mir wurde schon direkt schlecht. Mm, 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 mm. Ich würde mal die Fragen aufgreifen, die jetzt im Chat sind. Sorry, falls das schon mal angesprochen wurde, aber wie steht es mit Proteinshakes nach dem Sport? Könnte ich mir, warte mal, gönne ich mir, warte mal, gönne ich mir gerne und spare mir danach oft das Abendessen, weil es satt macht? Ähm, wenn es dich satt macht und du nicht den Proteinshake irgendwie extra zum Essen dazu nimmst, dann kannst du das machen. Also, da gibt es jetzt keine, keine, sag ich mal, pauschale Lösung. Die einen essen lieber, also ich esse lieber, ich verzichte, also ich verzichte einfach so. Das Prinzip auf Proteinshakes heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind. Wenn das dein Weg ist und du sagst, ey, damit komme ich gut klar, damit fahre ich sehr gut, ich bin satt dadurch, ich muss dann nicht mehr essen, mach das. Wenn du aber dann zusätzlich zum Proteinshake noch isst, dann musst du halt schauen, weil dann kann es durch, also dann kann es passieren, so ein Proteinshake hat auch seine 150 Kalorien ungefähr und wenn du jetzt eine normale Mahlzeit isst, plus dann die 150 Kalorien, dann kann es, kann die Rechnung eventuell nicht aufgehen. Aber wie gesagt, wenn du satt bist, wenn es dich satt macht, wenn du Spaß dran hast und damit gut klarkommst, spricht da nichts gegen. Dann haben wir von Blot, darf er ja sich das Sheetschti biezen. Kommt das noch ins Discord? Das, was jetzt gerade auf ist. Ja, ist ja, ist ja Dings, also ist ja einfach ein Link, kann man ins Discord posten. Ja. Es ist einfach nur, wie gesagt, das ist eine persönliche Liste, die ich zusammengestellt habe. Es gibt viele andere Lebensmittel. Da hat jemand im Chat gefragt, wegen Linsen habe ich was gelesen, ob die Kalorien so stimmen. Ich habe allgemein einfach Linsen genommen, weil es gibt keine fünf, sechs verschiedene Arten von Linsen und ich hatte jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, die alle aufzuzählen. Im Notfall einfach mal kurz auf die Verpackung nochmal hinten schauen. Ansonsten, das ist so allgemein auf Linsen bezogen. Also Linsen sind an sich sehr proteinreich und das Verhältnis zwischen Protein und Kalorien sind sehr gut. Plus Linsen haben Kohlenhydrate, also so wie die meisten pflanzlichen Lebensmittel, die haben halt Proteine und Kohlenhydrate und Fette. Das sind so richtig krasse Allrounder. Sollte auf jeden Fall in jede Ernährung irgendwie reinkommen. Eventuell auch dadurch ein bisschen Fleischkonsum reduzieren, was wiederum von Vorteil wäre. Dann haben wir noch, spielt es bei der Ernährung eine Rolle, wann man isst oder nur was man isst? Gute Frage, habe ich gestern auch gestellt. Tatsächlich ist es völlig egal. Also am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass man auf die Nährstoffe kommt und je nachdem, ob man jetzt zunehmen, abnehmen oder halten will auf die Kalorien. Rein theoretisch kannst du einmal am Tag essen. Rein theoretisch. Aber hau dir mal durch eine Mahlzeit, sag ich mal, 2000 Kalorien rein und so, dass alle Nährstoffe abgedeckt sind. Das ist halt ein bisschen schwierig. Von der Uhrzeit ist es völlig egal. Ja, die einen können frühstücken, die anderen nicht. Also da gibt es jetzt, am Ende des Tages zählen einfach nur die Nährstoffe. Da gibt es jetzt keine, ja, die beste Lösung, weil dann würden zum Beispiel die, die intermittierendes, also Intervallfasten machen, hätten ja Schwierigkeiten, weil die dann nur zu bestimmten Zeiten essen können. Die lassen ja dann zum Beispiel Frühstück immer weg. Ja, oder je nachdem, wie die halt fasten. Und dann würde das mit der Zeit ja nicht mehr funktionieren. Aber intermittierendes Fasten ist eine sehr gute Ernährungsform, also die gut funktionieren kann, wenn man damit klarkommt. Und deswegen Uhrzeit, egal. Einfach auf die Nährstoffe achten, gucken, dass du auf deine Vitamine, Mineralien und so kommst, auf hier Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette und von der Uhrzeit völlig egal. Genauso wie, sag ich mal, ja, von der Menge, ob man jetzt viel frühstücken muss oder nicht, ist einem selbst überlassen. Die einen fahren gut mit Frühstück, die anderen nicht. Es gibt beides. Ich hoffe, dass du es damit beantwortet. Ja, dann noch von Stuhlsen. Grundsätzlich geht es ja immer darum, abzunehmen. Aber wie ist es, wenn der Fokus darauf liegt, zuzulegen und das bestenfalls nicht nur an der Plaute? Wie bewerkstelligt man das am besten? Auf jeden Fall Krafttraining machen. Gutes Krafttraining machen. Also nicht irgendwie so, sag ich mal, lasch im Fitnessstudio ein bisschen die Gewichte bewegen. Da gibt es jetzt, also sag ich mal, ich will jetzt nicht extrem so auf die Wiederholungszahlen eingehen, aber irgendwo zwischen 6 und 20 Wiederholungen ist alles sehr gut für Muskelaufbau. Das heißt, man trainiert gezielt auf Muskelaufbau. Wichtig ist, dass man fast bis zu Muskelversagen trainiert. Das ist ganz wichtig. Es gibt so eine Skala, RPE-Skala heißt die, die besagt einfach, wie viel, also das ist ein subjektives Gefühl, die besagt, wie viel Wiederholungen man Reserve hätte. Also sagen wir mal, RPE-Skala 10 heißt Muskelversagen, RPE-Skala 9 heißt eine Wiederholungsreserve. Und da sollte man sich irgendwo zwischen 8 und 10 auf jeden Fall bewegen. Das ist sehr gut. Und dann dementsprechend, je nachdem, also wenn du jetzt, weiß nicht, 20 Wiederholungen machst tatsächlich, nimmst du das Gewicht so, dass die letzten Wiederholungen eben extrem schwer sind und du nach der letzten Wiederholung ein bis zwei Wiederholungen noch Reserve hättest. Kalorienüberschuss erreicht es in der Regel aber so 300 Kalorien mehr, als man braucht. Und ja, das einfach langfristig halten und durchziehen. Das ist aber, großes aber, man kann nicht zunehmen, ohne dass Fett mit aufgebaut wird. Da gibt es, glaube ich, noch keine optimale Methode, die dann sagt, okay, wenn du jetzt so, weil es ist sehr schwer, so viele Kalorien zu bestimmen, dass du halt nur magere Masse zunimmst. Heißt aber nicht, dass man dadurch irgendwie dick wird. Also wenn du richtig krass trainierst, kann es passieren, dass du vielleicht 1-2% Körperfett zugenommen hast, hast aber dann vielleicht auch 2-3 Kilo Muskeln zugenommen. Dann, wenn es irgendwann zu viel Körperfett ist, kann man es wieder reduzieren. Es geht einfach nicht, dass du Muskeln zunimmst, ohne Fett zuzunehmen. Genauso wie du sehr wahrscheinlich kein Fett verlieren kannst, ohne Muskeln abzubauen. Vielleicht jemand im Profisport, vielleicht kriegen die das hin mit ärztlicher Betreuung und, 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 und. Aber ansonsten ist es sehr schwierig, das so zu bewerkstelligen. Ja, also leichteren Kalorienüberschuss, hartes Training und dann läuft der Hase. Honigkater hat einfach, glaube ich, das nicht ganz ausformuliert, aber Thema rein pflanzliche Ernährung wäre interessant. Äh, ja, genau, jetzt würde ich wissen, was genau damit gemeint ist. Ja, das versuche ich auch gerade rauszufinden, deswegen hatte ich Honigkater direkt angeschrieben. Also ich glaube, äh, ich denke mal, es ist gemeint, ob es möglich wäre, sich rein pflanzlich zu ernähren. Möglich, ja, da sollte man aber, ähm, eventuell auch mit dem Arzt sprechen, weil es gibt einfach bestimmte Vitamine, zum Beispiel nehmen wir jetzt Vitamin B12, was hauptsächlich in der, ähm, tierischen Nahrung vorkommt und wenn bestimmte Vitamine halt fehlen, kann es zu gesundheitlichen Problemen führen, kann, muss nicht, aber dafür gibt es halt Supplemente. Also dann muss man eben, wenn man sich rein pflanzlich ernährt oder sollte man auf jeden Fall das eine oder andere Vitamin zum Beispiel zuführen. Ähm, so Vitamin B12 ist so ein typisches Ding, was, äh, bei, sag ich mal, wenn jetzt jemand sich komplett vegan ernährt, wo ein Mangel entstehen kann. Da muss man halt mit dem Arzt sprechen, eventuell auch hin, also eventuell auch mal so ein Blutbild abgeben und schauen, ob irgendwo ein Mangel ist. Ja, ähm, das ist ganz gut immer, das zu überprüfen, ob da ein Mangel ist, dann weiß man ganz genau, okay, mir fehlt jetzt Vitamin B12, ich, äh, gehe und hole mir jetzt die Pillen oder die Kapseln. Ähm, da wir dabei sind, auch für dich, ich habe ja mitbekommen, du hast gesagt, du isst kein Fisch, glaube ich, ne? Ähm, es wäre von Vorteil, Omega-3-Fettsäuren zu essen, ähm, gibt es auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln, zum Beispiel Leinöl, ähm, auf gar keinen Fall aber mit Leinölbraten, jetzt für alle, eher so ein bisschen in Salate, in Nüssen, aber die tierischen sind deutlich besser, die werden besser vom Körper, ähm, ja, aufgenommen, reserviert. Ähm, da gibt es Fischöl-Kapseln, wenn du da gar keinen Bock drauf hast, habe ich letztens erst gesehen, es gibt auch Omega-3 aus Algen. Kann ich nur empfehlen, das zu supplementieren, weil wir nehmen zu wenig Omega-3, also die meisten. Ja, wenn jetzt jemand vielleicht am Meer lebt, der hat wahrscheinlich genug Omega-3, wenn man jetzt regelmäßig Fisch isst, aber ansonsten haben wir zu wenig Omega-3 und Omega-3 ist für sehr viele, ähm, oder hat sehr viele positive Eigenschaften, unter anderem zum Beispiel entzündungshemmend, ähm, kann dafür sorgen, dass, ähm, die Blutfettwerte sich zum Beispiel verbessern, kann dafür sorgen, ähm, dass, ähm, Cholesterin sich im Körper verbessert und, 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 und. Also, wäre jetzt eine lange Liste, alles aufzuzählen. Ähm, wer da halt genauer wissen möchte, einfach mal kurz schauen, was macht Omega-3. Ähm, wie gesagt, da gibt es halt die Algenvariante, auch für die, die sich vegan ernähren und sagen, ne, äh, hier, Fischölkapseln kommen mir nicht ins Haus, äh, gibt es die Algenvariante. Die soll auch sehr gut sein. Ähm, kann ich nur empfehlen, die kosten auch nicht viel. Jo. Äh, hier nochmal, Tim, eine, äh, eine Frage, die im Nachgang kommt, äh, zu einer vorigen. Also spielt es keine Rolle, äh, wenn man sich vor dem Schlafengehen irgendwas in die Figur schiebt, oder ob man davor noch ein paar Stunden wach ist? Tatsächlich nicht, ne, spielt gar keine Rolle. Also, wenn die Kalorienbilanz am Ende des Tages, oder, am Ende des Tages ist das halt schwierig, aber so rechnen die meisten, sagen wir mal, pro Woche, wenn die Kalorienbilanz in der Woche stimmt, ist es scheißegal, ob du direkt vor dem Schlafengehen isst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ja, sagen wir mal, du brauchst, äh, ähm, was ist das? Sagen wir, 14.000 Kalorien brauchst du pro Woche, du hast jetzt, ähm, 10.000 Kalorien aber nur gegessen in der ganzen Woche. Wie die verteilt sind über die Tage ist eigentlich egal, und, äh, zu welcher Zeit du die gegessen hast, ist auch egal. Ja, du bist 4.000 im Minus, ja, wenn es jetzt das Ziel irgendwie abzunehmen ist. Du bist 4.000 im Minus, Uhrzeit völlig, also völlig egal. Ich glaube, das sind so, das sind so Dinge, die wirklich für richtig krasse Extremsportler relevant sind, ob die jetzt vom Essen, äh, vom Schlafen essen oder eben nicht, aber für so uns normale Menschen ist es völlig egal. Es geht einfach um den Schlaf, also je mehr ihr esst, desto mehr hat der, äh, hat der Körper zu tun. Also beispielsweise, sagen wir mal, und das ist jetzt mal hier, äh, aus der eigenen Erfahrung, wenn du Outdoor unterwegs bist und es ist, äh, arschkalt über Nacht, wäre es sinnvoller, sich vorm Schlafen gehen, richtig was reinzunageln, weil der Körper versucht, das abzuarbeiten und bleibt dann halt warm. Das ist die einzige, das ist der einzige Nachteil, wenn man ist, vorm Schlafen gehen, dass sein Körper arbeitet. Das heißt, eventuell könnte es sein, dass dein Schlaf nicht, äh, dass dein Schlaf nicht so ruhig ist. Richtig, eventuell, wollte ich gerade sagen. Also das kommt dann auf die Person halt an. Genau. Das ist bei dem einen so, bei dem anderen so, da muss man schauen, wie komme ich damit klar. Ja, ähm, grundlegend kann man das, glaube ich, gar nicht so, also man kann es halt, glaube ich, nicht pauschalisieren. Also ich kann auch direkt vorm Schlafen gehen mit dem Döner reinpfeifen und schlafe wie ein Baby. Ja. So als Beispiel. Es gibt auch Leute, die können das eben nicht. Das muss man einfach abwägen und für sich selbst abstimmen und sagen, okay, ich kann vorm Schlafen gehen oder ich kann mit vollem Magen schlafen gehen, läuft bei mir gut und andere wiederum werden sagen, boah, geht gar nicht. Dann sollte man es halt eben lassen. Einfach auf den Körper hören. Ja, der Körper wird dann schon, der wird schon Signale senden. Man muss halt nur, die, die Kunst ist eben, diese Signale zu erkennen und richtig zu deuten. Aber ansonsten, also gibt's da, weiß nicht, vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, also ein Döner vielleicht tatsächlich nicht unbedingt vorm Schlafen gehen reinpfeifen, aber selbst wenn man damit klarkommt, ich sehe da jetzt kein Problem. Das ist ein Irrglaube, den unsere Eltern uns damals eingefleucht haben, dass wir nach 80 Uhr nicht mehr essen sollen. Ja, die Kalorien im Urlaub zählen auch nicht. Genau, die Kalorien im Urlaub zählen auch nicht, ja. Welches Minus ist okay, um gesund abzunehmen? Beispiel, ich habe einen Bedarf von 3K und nehme 2K auf. Ist diese Differenz okay oder kann man da noch drüber gehen? Boah, also tatsächlich wird empfohlen, so zwischen 300 und 500 Kalorien Minus pro Tag. Jetzt ist die Frage zum Beispiel, gönnst du dir am Wochenende eventuell ein bisschen was, weil dann kannst du, wie ich schon gesagt habe, so Wochenziel, also Wochenkalorien nehmen und da runterrechnen auf den einzelnen Tag. Dann bist du vielleicht nicht mehr bei den 1000. 1000 ist schon extrem heftig, ehrlich gesagt. Man muss schauen, wie man, das ist schon wieder so ein Ding, man muss gucken, wie man damit klarkommt. Der eine kann es, der andere nicht. Aber also mehr als 1000 würde ich vielleicht nicht unbedingt gehen. Kommt so auch ein bisschen auf deine Körperstatur an. Also jemand, der, ohne dir jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen, aber so als Beispiel, jemand, der sehr übergewichtig ist, kann durchaus vielleicht ein größeres Kaloriendefizit vertragen als jemand, der einfach nur mal 2, 3 Kilo abnehmen möchte. Ansonsten sagt man so 3 bis 500 Kalorien Minus und dann schauen, wie kommst du damit klar. Bist du hungrig? Kommst du auf deine Nährstoffe? Nährstoffe, wie gesagt, sind immer wichtig. Wenn das erfüllt ist und du sagst, ey, ich fühle mich super, kannst du auch die 1000 weiterfahren. Also sehe ich jetzt kein Problem. Wie stehst du zum Thema Cheat Day pro Woche? Halte ich nichts von. Cheat Day ist ein beschissener Begriff, wenn ich ehrlich bin. Das ist so, das ist, was ich erwähnt habe. Du bewertest deine Nahrung so richtig. Du gibst ihr so ein negatives Bild. Ja, das heißt, für Cheat Day heißt ja, dass du dir, also ich habe früher auch danach gelebt, nur so nebenbei. Ich bin jetzt kein perfektes Beispiel, aber ich habe das irgendwann mir Gedanken drüber gemacht und dann festgestellt, Cheat Day ist eigentlich ein sehr dummer Begriff, weil du legst dich auf den einen einzigen Tag fest und die meisten übertreiben komplett mit dem Cheat Day. Vor allem hast du dann irgendwelche, ich habe jetzt auch keinen Namen, ich werde auch keine erwähnen, aber du hast dann den einen oder anderen Influencer, der so, ja, heute mache ich mal Cheat Day und dann hauen die sich 10.000 Kalorien rein und die Leute denken, boah geil, ich kann mir 10.000 Kalorien reinfahren. Als Beispiel, wenn du jetzt jeden Tag 500 Minus hast, ja, dann hast du nach 6 Tagen hast du 3.000 Kalorien eingespart. Jetzt ballerst du dir am Wochenende 5.000 bis 10.000 Kalorien rein oder einen Tag am Wochenende. Dann bist du auf einmal 2.000, 3.000 im Plus und dann, Leute, ja, wie kann das sein? Ich habe durch die ganze Zeit Minus und nehme nicht ab. Ja, dann solltest du vielleicht mal das mit dem Cheat Day einfach überdenken. Dann, wie vorhin, lieber nach der Mahlzeit sich mal eine Kleinigkeit gönnen, weil dann isst du nicht so viel davon, ja. Also, wenn du eine geile Mahlzeit gehabt hast, ist es sehr schwierig, eine ganze Tafel Schokolade zu verputzen oder kann schwierig sein. Dann isst man eher vielleicht so ein Stückchen. Dann hast du auf die ganze Woche gesehen einfach weniger unnötige Kalorien aufgenommen, hast aber trotzdem auf nichts verzichtet. Da gebe ich euch ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Ich esse auch gerne zum Beispiel so diese Knoppersriegel. Ich finde die supergeil. Ich habe dann irgendwann mal einen Test gemacht, also die kriegst du in der Fünferpackung sonst und die gibt es auch einzeln an der Kasse oft. Ja, die einzeln an der Kasse kosten so gesehen pro Riegel mehr, aber wenn ich den einen Riegel esse, bin ich am Ende genauso glücklich, wie wenn ich direkt die ganzen Fünfer putze. Das heißt, da kann man schon mal so abwägen. Und ich habe Geld gespart im Endeffekt, weil ich nur den einen Riegel gegessen habe. Diese Zucker-Fett-Gemisch und sowas ist meistens eher für unseren Kopf. Und so ein Stück Schokolade macht uns eigentlich genauso glücklich wie die ganze Tafel Schokolade. Deswegen muss man dann sich überlegen, brauche ich die ganze Tafel Schokolade oder reicht mir ein Stück eben? Oder reicht es, wenn ich mir einen Riegel kaufe, anstatt die ganze Packung Snickers jetzt so? Das ist einfach Kopfsache. Deswegen, ja. Das ist halt auch ein psychologischer Aspekt, sich dieses Cheat-Ding einzufleuchen, weil es gibt kein Cheaten. Cheaten gibt es nicht. Entweder gehst du laufen oder du bist halt faul. Und ein Cheat-Day suggeriert dir ja, okay, das ist der eine Tag, wo ich mir alles reinballern kann, aber faul bin ich dann trotzdem. Beim Cheaten heißt ja auch irgendwo so verarschen. Ja, das heißt, du verarschst dich. Willst du dich selber verarschen, ist jetzt die Frage. Wenn du dich nicht selbst verarschen willst, bau kein Cheat-Day ein, sondern gönn dir ab und zu, verbiete dir nichts. Richtig, verbieten ist halt, das Problem bei verbieten und Kalorien zählen ist halt, dass du irgendwann, dein Mindset wird halt so sein, dass du stehst halt abends vorm Kühlschrank, du willst was essen, aber theoretisch darfst du nicht. Weil du hast, deine Kalorien sind drüber oder du darfst keine Pizza essen, weil dein Ernährungsplan das nicht hergibt und das funktioniert halt. Also ich glaube, das ist auch gar nicht so gesund, weil du kannst diesen Kampf nicht gewinnen, weil dein Körper will was anderes und dein Geist auch. Den Kampf wirst du irgendwann verlieren. Eine Pizza oder eine Lasagne oder einen Burger, das sind ja alles so, ich nenne das immer Soulfood. Also Soulfood, weil du knallst dir das rein und bist dadurch happy. Also sich so einen richtigen saftigen Burger reinschieben und eine Pommes mit Mayo ist halt einfach fucking Soulfood, weil danach bist du happy. Du fühlst dich zwar scheiße, aber du bist dann happy. Und sich das zu verbieten oder nur einmal am Tag zuzulassen, ist halt blödsinnig. Weil sobald du das in deinen Tag integrierst, normal, also ich sag mal, für meine Verhältnisse jetzt normal zu essen, also machst du morgens halt Haferflocken und, weiß nicht, ein Rührei oder solche Sachen, dann merkst du halt erstens a, wie du dich besser fühlst auf Dauer und b, hast du nicht so diesen einen Tag, auf den du hinstrebst, wo du diese Sachen essen kannst. Weil du kannst sie jederzeit essen. Und das ist halt, du wirst diese Barriere in deinem Kopf nicht mehr haben, zu sagen, oh, jetzt muss ich wieder dieses lästige Essen essen, damit ich das andere irgendwann essen darf. Weil du, das lästige Essen sollte eigentlich das Essen sein, was dir a, Spaß macht und b, dir deine Energiezufuhr gibt und das andere kannst du machen, damit du dich im Kopf wohlfühlst. Richtig. Cheater ist scheiße. Das ist die dümmste Bezeichnung EU-West. Ich find's auch, also ist einfach irgendwie, ja, ist völlig so, völlig Banane ist voll so am Thema vorbei. Also damit macht man eher schlecht als gut. Halte ich nix von, würde ich auch nicht empfehlen. Einfach, wenn du Bock hast. Das Ding ist, wenn du Zugriff auf irgendwas hast, worauf du Bock hast und du weißt, du hast Zugriff drauf, dann wirst du langfristig eher wenige davon konsumieren, weil du weißt, ey, wenn ich jetzt eine Pizza will, hol ich sie mir einfach. Wenn du aber jetzt weißt, du darfst sie nicht essen, dann ist das Verlangen halt größer. Blatt hat zum Beispiel was Gutes geschrieben, das wollte ich gerade nämlich sagen. Erinnert euch mal an eure Kindheit. Also wer von uns hat sich an die Regeln von den Eltern gehalten? Jeder von uns war irgendwo irgendwie rebellisch. Und dann wurde irgendwas verboten und wir haben es trotzdem gemacht. Und das ist einfach so das menschliche Wesen. Und gehen wir nochmal krasser auf die ganze Sache ein. Nehmen wir mal die Bibel als Beispiel. Selbst da stand es ja schon so. Apfel verboten, erst mal Apfel gegessen. Also ich kenne die Bibel nicht. Ich kenne die nicht ausländisch. Wir zitieren aus der Bibel, aber ich kenne die nicht. Okay, Apfel verboten, ich will Apfel. Ich will die jetzt nicht zitieren, aber vom Prinzip her, da wurde sozusagen, hier, du darfst halt nicht diese verbotene Frucht und die haben sich, es wird trotzdem schon, also es wird ja schon damals sozusagen irgendwo integriert, prophezeit, was auch immer. Und so sind wir halt. Also da kannst du nichts dran ändern. Da sollte man nichts dran ändern, weil das ist irgendwo gegen das menschliche Wesen. Deswegen ist es ein Cheat Day. Also gewöhnt euch, ehrlich jetzt, aus meiner Erfahrung, und ich habe jetzt über 25 Kilo runter, macht das nicht. Ändert einfach Dinge, die ihr gerne esst. Ohne Scheiß, einen Magerquark selber zu würzen und sich das auf ein Rührei raufzuschmettern, das schmeckt genauso geil wie ein Burger. Ist so. Das schmeckt genauso geil wie ein Burger. Wir machen gleich mal kurz, weil ich noch Frühstück essen möchte, ich habe Hunger und ich muss auch was essen. Wir machen uns gleich mal Toasties, die dauern zwei Minuten. Das schmeckt mega geil, das Zeug. Kannst dir ins Gesicht schieben und davon wirst du auch happy. Also man muss nicht cheaten so und man muss auch nicht auf irgendwas verzichten, weil es genug Möglichkeiten gibt, ordentlich zu essen. Man kann sich einen Burger mit scheiß Dinkeltoast machen und dann nimmst du halt einen Light-Käse und Mozzarella, Zwiebeln kannst du da sowieso raufdonnern. Dann knallst du dir das auf den Opti-Grill und schiebst das ins Gesicht. Schmeckt genauso geil. Das Einzige, was du vielleicht nicht unbedingt machen solltest, ist Mayo. So. Aber selbst da gibt es krasse Varianten, habe ich gesehen. Genau. Zuckerfrei und fettfrei und sonst was. Und die sollen sehr gut schmecken, ansonsten machst du dir halt selber so eine Art Mayo. Geht auch. Und ich sage euch eins, morgens fünf Minuten Haferflocken machen, ist das Geilste, was es gibt. Du hast so viel Druck auf den Kessel. Also, bevor ich mir, ehrlich, bevor ich mir morgens ein Brot schmiede mit Wurst und Salami oder weißt der Geier, was da drauf ist, knall ich mir Haferflocken rein. Weil da hast du einfach, da geht es richtig ab. Du weißt, es schmeckt mega geil und du gehst ab wie eine Rakete danach. Ja. Weil dann ist erstmal nichts mit, oh, ich muss scheißen gehen, mein Magen muss das verarbeiten, ich muss drei Kaffee saufen, dass ich wieder in eine Gänge komme oder so. Nee, das schmeißt du dir rein, kannst Kaffee vergessen und dann ist Turbo-Gang angesagt. Läuft das aber auch gut. Da geht hinten rum, geht alles, Junge. Die Ballaststoffe, die sind schon, die merkt man dann nicht. Wir haben von Stuhlsen hier noch eine Frage. Wie hat Vladi das eigentlich geschafft, irgendwann das richtige Mindset aufzubauen? Wie war die Herangehensweise? Uch, das ist eine Frage jetzt. Also, das sind Entwicklungen, die man über eine lange Zeit macht. Ich habe mich einfach, ich war früher sehr pessimistischer Mensch. Oh, mich, denn du bist du? Bitte? Nee, Entschuldigung. Ja, sehr pessimistisch drauf und so weiter und so fort. Also, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich habe dann aber auf jeden Fall angefangen, mich mit geistigen Sachen zu beschäftigen, wie man das im Prinzip in den Alltag integrieren kann. Was kann man da machen? Wenn es für Leute jetzt Begriff ist, zum Beispiel Gesetz der Anziehung und so weiter und so fort. Und habe festgestellt, dass es sich lohnt, da eher, sage ich mal, auch positiv an Sachen heranzugehen und positiv irgendwie an sich zu denken. So Geschichten auch eher positiv anzusehen, nicht irgendwie extrem schlecht zu bewerten, wie jetzt, sage ich mal, Cheater etc. oder Ernährung schlecht zu bewerten etc. Und das kam dann mit der Zeit. Also, das ist echt eine schwierige Frage. Das kam dann mit der Zeit. Ich habe festgestellt, was das alles bringen kann, wenn man, als Beispiel, was ich letztes Mal erwähnt habe, wenn du abnehmen möchtest und du sagst von Anfang an, ich kann nicht abnehmen. Warum zum Fick soll dein Körper abnehmen? Du gibst ihm die Signale, dass du nicht abnehmen willst oder kannst, erwartest aber vom Körper, dass er abnimmt. Und das ist so eine Mindset-Sache. Ja, das heißt, du musst da viel, du musst da ganz anders dran gehen. Und das gilt für eigentlich alles. Ich habe zum Beispiel früher voll Panik geschoben, weil ich immer irgendwie Menschen kennengelernt habe, die mich eher runtergezogen haben, als mich aufgebaut haben. Das lag daran, weil ich von Anfang an davon ausgegangen bin, dass ich solche Menschen kennenlerne. Das heißt, ich habe mir selber ein Filter im Kopf aufgebaut, sodass ich die Menschen, die ich eigentlich brauche, rausgefiltert habe und die in mein Leben gelassen habe oder die rangezogen habe, die mir halt nichts Positives bringen. Und das gilt, wie gesagt, für alles. Also man baut sich halt so, das Gehirn reagiert darauf, man baut sich eben wie solche Filter auf. Und das hat viel mit Mindset eben zu tun. Als banales Beispiel, du fährst in ein Parkhaus und du gehst von Anfang an davon aus, dass du keinen Parkplatz findest. Das heißt, du schickst deinem Gehirn die Signale, keinen Parkplatz zu finden. Dein Gehirn blendet automatisch alle freien Parkplätze aus. Die sind vielleicht da, aber du siehst ja einfach nicht, weil du deinem Gehirn direkt gesagt hast, das heißt, da ist keiner. Fährst du aber in ein Parkhaus, also natürlich ist jetzt, es funktioniert so nicht zu 100 Prozent, das sollte jedem klar sein, das ist jetzt kein Hexenwerk oder sowas. Es kann auch sein, du fährst ins Parkhaus und alle Parkplätze sind belegt, aber wenn du davon ausgehst, dass du einen findest, sind deine Augen eher dafür offen und du filterst halt oder dein Gehirn filtert das ganz anders. Und das kannst du auf eigentlich alles übertragen. Hast du irgendwie ständig mit Menschen zu tun, die, weiß ich nicht, dich runterziehen, dann ist es wahrscheinlich eine Mindset-Sache. Das heißt, du solltest dein Mindset ändern und eben dir oder eben die Leute halt rausfiltern, die dir gut tun und immer davon ausgehen, dass du eben solche Leute kennenlernst. Also ich habe in meinem Umfeld keine Leute, die mir irgendwie was Negatives bringen, weil ich das irgendwann so geändert habe und gesagt habe, ich brauche nur oder ich werde jetzt nur noch Menschen kennenlernen, die mir gut tun, die ich brauche, die ähnlich denken wie ich und es hält sich auch gut. Und wie gesagt, das habe ich auf alles übertragen. Es war einfach ein Prozess, der ein bisschen länger gedauert hat. Es gab einfach einen Auslöser, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach was ändern und habe mich damit beschäftigt und habe dann auch selber gesagt, ich mache jetzt Mentaltrainer, um eben anderen Menschen das auch so ein bisschen beibringen zu können, das Mindset zu ändern. Was ich gleich noch aufgreife, die Fragen dazwischen sind alle noch da, aber das passt gerade ganz gut rein. Was sollte man machen, wenn man früh aufstehen und morgens aber gar kein Elan hat, Frühstück zu machen? Ich esse dann meistens um zwölf circa und kaufe dann Brötchen oder so. Das ist super, 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 super einfach. Und zwar, pass auf, ich habe jetzt sieben Jahre, nee, acht Jahre zu Hause gelebt und habe genau dieses Mindset gehabt und diesen Filter und habe immer gesagt, ach scheiße, ich habe dafür keine Zeit und ich habe darauf keine Lust und habe mich daran selber gehindert. Bei mir ist es mittlerweile so, ich esse immer noch kein Frühstück, also ich stehe auf, trinke einen halben Liter Wasser, reicht erst mal, dann mache ich meinen Sport und dann mache ich mir was zu essen. Aber ich habe für mich gesagt, für mich kommt es nicht mehr in die Tüte, nicht was auf dem Tisch zu haben, was nicht aus meiner Hand ist. Das heißt nicht, dass ich mir das nicht verbiete, wenn ich jetzt, weiß nicht, auf der Gamescom bin oder so und einen Karazza fressen will, dann esse ich einen Karazza. Wenn ich aber in meiner gewohnten Umgebung zu Hause bin, gibt es für mich keine Diskussion, mir nichts ordentliches zu essen zu machen. Gibt es überhaupt keine Diskussion. Und für mich, also da habe ich viel Glück mit Vladi, ich habe jetzt mit Vladi zum Beispiel über Frühstück gesprochen und Vladi und meine Wenigkeit haben dann ein bisschen geguckt, was man mit Haferflocken machen kann. Ich habe ein bisschen mich schlau gemacht, wie man zum Beispiel Haferflocken machen kann und es dauert halt einfach fucking zwei Minuten, sich so eine riesige Schüssel Haferflocken mit Obst zu machen, mit Nüssen und das kannst du dir dann in den Kopf reinknallen. Und dieses kein Elan haben, kann ich euch sagen, das habt ihr einfach nicht, weil ihr nur Scheiße in euren Körper reinwerft. Weil die Menschen sind so abhängig von Kaffee zum Beispiel, dass sie ohne Kaffee nicht mehr funktionieren. Ist ein Filter. Du brauchst morgens keinen Kaffee. Sauf einen halben Liter Wasser und du hast genau dasselbe in deinem Körper. Oder ich muss mir einen halben Liter Energy reinknallen. Nee, brauchst du nicht. Brauchst du wirklich nicht. Lass den ganzen Scheiß weg, den du in deinen Körper reinschmeißt und dann hat dein Magen nicht so viel Blut und arbeitet die ganze Zeit und hast du hier oben weniger in deinem Kopf und dann hast du trotzdem genug Energie. Also die meisten Menschen scheitern grundsätzlich an, wie Bladi schon sagt, an den Filtern und an Faulheit. Und die Faulheit kommt dadurch, dass du so viel Müll in deinen Körper reinschmeißt. Weil dann, der muss das halt verarbeiten. Diese ganzen Zusatzstoffe, die ganze Chemie, die ganzen Kalorien, das musst du ja alles wegmachen. Und ich verstehe, es gibt Genuss-Kaffee-Trinker, also trinkt so viel Kaffee, wie ihr möchtet. Es geht aber auch ohne. Und selbiges gilt halt für Frühstück oder ach, ich hol mir mal schnell ein Brötchen. Dass dieses ach, ich hol mir mal schnell ein Brötchen, kannst du halt einfach skippen, weil dann kannst du auch sagen, ach, ich mach mir schnell was zu Hause. Und ach, ich mach mir schnell mal was zu Hause, bedarf dieselbe Zeit, weil du musst ja auch mal in den Bäcker rein, du musst bei dem Bäcker stehen, du musst dir das bestellen und dann kriegst du das. Und in der Zeit könntest du zu Hause was zu essen machen, schmeißt dir das in eine Tupperdose und knallst dir jetzt später in den Kopf rein. Es dauert nicht länger. Es dauert wirklich nicht länger. Es ist wirklich so. Habe ich früher auch mal gesagt. Also meine Mahlzeiten, die ich jetzt am Tag esse, kosten mich vielleicht summa summarum eine halbe Stunde. Die halbe Stunde würde ich aber auch brauchen, wenn ich mir irgendwas zu essen holen würde. oder, ja doch, wenn ich mir das irgendwo holen würde, würde diese Zeit, die ich da hingehe und mir das hole, wäre genau dieselbe, als wenn ich mir das selber mache. Und keinen Elan zu haben, zu essen, kann ich auch verstehen. Der Elan kommt aber von alleine, wenn du dein Mindset geändert hast, weil dein Körper verlangt danach. Also der braucht, also so wie Bladi vorhin schon gesagt hat, ich höre viel auf meinen eigenen Körper, wenn ich morgens aufstehe und mir zieht sich alles durch die Gegend, dann weiß ich, ey, ich habe vielleicht gestern zu wenig gegessen. Okay, heute gibt es erst Frühstück und dann Sport. Weil ohne funktioniert es nicht. Weil dann bist du schwindelig, hast Kreislauf und dann bist du am Arsch. Und das ist halt so ein Prozess, den man durchgehen muss, ohne irgendwie Ernährungsexperte zu sein oder irgendwie für andere Dinge Experte zu sein. Diese ganze Filterung raus aus dem Kopf. Weg. Weg damit. Gibt es nicht. Ich habe keine Zeit, gibt es nicht. Ich habe keine Lahn, gibt es nicht. Jetzt drehst du dir alles nur ein. Weil die Zeit hast du. Hast du wirklich. Und wenn du nur nebenbei telefonierst oder du bist im Discord oder du machst dies, das, ananas, kannst du nebenbei alles machen. Kannst du. Funktionieren. Und so lebe ich gerade. Kann ich nur zustimmen. Da vielleicht nur ein kurzer Einwurf, um das eventuell einfacher zu machen. Jetzt ohne dich zu kennen, würde ich mal davon ausgehen, dass du eventuell unterbewusst schon so abends ins Bett gehst. Das heißt, du denkst dir am Abend schon für den nächsten Tag, oh ey, ich werde gar keinen Elan haben. Das heißt, du schläfst mit diesem Gedanken ein und das Erste, was passiert, wenn du aufstehst, du wachst halt mit diesem Gedanken auch auf. Wenn du dir vielleicht zum Beispiel das Ganze ein bisschen einfacher machen willst, du kannst, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber du kannst dir dein Essen auch am Abend vorbereiten. Das heißt, du gehst mit einem ganz anderen Mindset. Du weißt ganz genau, okay, ich habe für morgen mein Essen, das Essen ist zum Beispiel gesund und dann brauchst du dir gar keinen Kopf machen. Es kann sein, dass du jetzt sagst, nee, ich denke nicht dran, aber wie gesagt, unterbewusst ist halt so ein bisschen schwierig manchmal rauszufiltern. Unterbewusst haben wir sehr viele Dinge, an die wir denken, an die wir vielleicht gar nicht denken sollten. Und wenn du jeden Abend als anderes Beispiel schlafen gehst und denkst, oh, ich werde am nächsten Morgen wieder müde sein, dann bist du müde. Du hast deinem fucking Körper halt die Signale gegeben, dass er am nächsten Morgen müde sein soll und schläfst damit ein. Das Hirn hat die ganze Nacht den Gedanken im Unterbewusstsein, dass er am nächsten Morgen müde ist. Und wir machen uns selbst selbst diese Gedanken. Wir machen uns selbst viel Stress. Stress ist so ein Ding, also Stress ist nicht immer ungesund, aber der meiste Stress ist einfach, machen wir uns selbst. Ich nehme da immer ein Beispiel. Zwei verschiedene Personen sind im Stau. Die eine Person regt sich komplett auf und die andere Person denkt sich, ja, scheiß drauf, kann ich eh nicht ändern, macht sich das Lieblingslied an. Welche Person wird jetzt gesünder sein? Ja, versteht ihr? Es ist die absolut gleiche Situation, aber die eine Person sagt sich, ja gut, ist jetzt so, kann ich nicht ändern, ich chill jetzt einfach und höre mir mein Lieblingslied an. Die andere Person rastet komplett aus, beleidigt die Fahrer, beleidigt was weiß ich, keine Ahnung. Also, ja, versteht ihr? Und das kann man auf sehr vieles übertragen. Ich sage immer, seid egoistisch in diesem Sinne, achtet auf euch. Es sollte immer in erster Linie um euch und eure Gesundheit gehen, jetzt abgesehen von dem familiären. Ja, viele steigern sich zu sehr dann in fremde Dinge ein oder versuchen sich mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, die sie nicht irgendwie interessieren. Nehmen wir jetzt hier das Internet, keine Ahnung, wenn Leute anfangen da irgendwie zu haten, beschäftigt euch einfach mal mit eurem Scheiß, kümmert euch um euch selbst. Das ist viel wichtiger als, keine Ahnung, sich in irgendwelche fremden Dinge einzumischen. Das ist halt geiles Mindset, und macht euch auch nicht abhängig von der Meinung anderer. Mir ist es völlig egal, ob mich jemand irgendwie attraktiv, nicht attraktiv, dick durchtrainiert, was auch immer findet. Ich muss mir selbst gefallen. Ja, ich bin arrogant, was das angeht oder ich bin eingebildet, was das angeht. Ich muss in den Spiegel gucken. Geil, gefällt mir. So als Beispiel. Oder ich muss, das ist meine Denkweise halt. Natürlich gibt es da irgendwo so moralische Sachen, das muss man so ein bisschen abwägen, aber es geht immer um euch selbst oder es geht immer um dich selbst. Ihr müsst, du musst dir halt selbst gefallen. Achtet darauf, arbeitet daran und dann kann ich euch versprechen, dass sich alles viel besser anfühlen wird und ihr auf jeden Fall besser durch das Leben geht. Kann ich bieten. Wenn ich noch was einwerfen darf, was mir halt hilft, ist, das ist ein super bescheuertes Spruch von Papa, aber was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Und bei mir ist es aktuell so, was ist für mich von der Prioritätenliste her am wichtigsten und was muss gemacht werden. Und für mich momentan steht ganz oben Laufen. Also Bewegung oder die sportlichen Übungen, Essen, Streamen und dann kommt alles andere. Also im Sinne von was passiert in meinem Kopf. Okay, ich muss heute essen, ich muss heute laufen, ich muss heute streamen, damit ich Geld verdiene und dann kommt alles andere. Also beispielsweise was für mich halt, wenn dann alle diese Dinge abgearbeitet sind, stehe ich in der Küche, was muss ich heute noch erledigen und ich sehe halt irgendwie liegt was rum oder es ist irgendwas Dreckiges oder die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, dann mache ich währenddessen ich mein Essen mache, mache ich diese Sachen gleichzeitig mit, weil manchmal dauert ja Essen ein bisschen, damit das erledigt ist, damit ich das nicht den nächsten Tag machen muss. Also alles, was ich in einen Tag packen kann, packe ich in den Tag und mache das immer so in kleinen Fitzeln. Also weiß nicht, Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, sowas. Das ist ja für viele und ich werde mal, denke ich, für einige da draußen sprechen, schon ein sehr großes Hindernis und ich kenne dieses Hindernis sehr, sehr gut, warum halt Wohnungen oder man generell einfach große Probleme hat, Motivation dafür zu finden. Die Motivation kommt aber schon von ganz alleine, wenn du die die Grundbausteine für dich und dein Wohl erledigt hast. Essen, Sport, soziale Kontakte und der Rest geht von ganz alleine. Das passiert nebenbei, weil du dafür so viel Energie hast. Weil wenn ich mir jetzt überlege, so ich war jetzt nur mal für heute, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe bei mir in der Bude schon, also in der Fitnessbude den restlichen Boden verlegt, habe da alles ordentlich gemacht, war schon einkaufen, habe alles vorbereitet für den Kochstream, habe mit Vladi noch gesprochen, habe zwischendurch mit meinem Nachbarn noch ein bisschen Sport gemacht und dann habe ich den Stream angefangen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wenn ich mir das jetzt so überlege, dass das vor vielen Jahren, wäre das gar nicht möglich gewesen, weil ich morgens aufgestanden wäre und gar nicht aus dem Knick gekommen wäre. Aber dadurch, dass ich meinen Körper, ich nenne es jetzt einfach mal wie ein Tempel behandle, behandelt der mich halt aber auch einfach so. Weil er hat genug Energie, ich missbrauche ihn nicht und er erledigt das für mich und das räumt halt auch deinen Kopf komplett auf. Und ich glaube, das scheitert es bei vielen halt schon daran, dass sie halt die Grundbausteine, die halt wichtig sind, für sich selber gar nicht vernünftig behandeln. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe mal ein Beispiel gebracht, betrachtet das wie so ein Haus, also das Haus müsst ihr pflegen, wenn ihr noch in 20, 30 Jahren da drin wohnen wollt und euch da drin wohlfühlen wollt, also beziehungsweise wie du gesagt hast, mit dem Tempel, also muss man auch dafür was tun. Dafür hat man halt eine heimische Atmosphäre, dafür hat man eine sehr geile Atmosphäre, in der man halt leben kann. Ja, und wenn du nichts tust, dann verfällt das mit der Zeit. Ist halt normal, ja. Könnt ihr, wie gesagt, versucht halt mehr mit solchen bildhaften Vergleichen zu arbeiten, das ist sehr geil für solche Geschichten wie Mindset. Weil sowas wird halt jedem klar. Ja, wie gesagt, kümmerst du dich nicht ums Haus, zerfällt es irgendwann. Kümmerst du dich ums Haus, fühlst du dich noch in 30 Jahren drin wohl. Ganz einfach. Ansonsten zu dieser Tagesplanung, guter Tipp, weil viele Leute sagen, ich habe keine Zeit. Ganz ehrlich, schreibt euch auf. Schreibt euch auf, was ihr zu erledigen habt und ihr werdet feststellen, ihr habt mehr Zeit, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Ja, schreibt euch auf, ich muss das, 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 das machen und ihr könnt auch direkt dazu schreiben, okay, braucht so und so viel Zeit ungefähr. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. No joke. Schreibt euch einen Tagesplan, Wochenplan, wie auch immer, aber schreibt es euch einfach auf und ihr werdet sehen, oh scheiße, ich habe jetzt noch, weiß nicht, fünf Stunden am Tag übrig, was mache ich jetzt? Und dann könnt ihr diese Zeit halt, ja, keine Ahnung, Freizeit für was auch immer nutzen. Aber schreibt es euch auf, das ist super geil. Schreibt mal nur Freizeit auf. Wie viel Freizeit man verballert. Also schon alleine nur, weiß nicht, auf Social Media rumdödeln oder YouTube-Videos gucken. Social Media auch so ein Ding, also es ist, natürlich soll man auf Social Media rumhängen, aber hier auch, wenn ihr aufsteht, viele gucken direkt aufs Handy und ich kann euch garantieren, der Tag läuft so ab, wie ihr ihn halt startet. Und wenn ihr ihn damit startet, auf das scheiß Handy zu starren, dann wird der Tag auch beschissen. Ja, legt das Handy mal beiseite und startet den Tag vielleicht mal mit was anderem. Macht vielleicht mal, weiß ich nicht, macht mal ein Mobility-Workout. Das dauert zehn Minuten, aber ihr habt schon mal den Tag aktiv gestartet. Ja, und dann könnt ihr immer noch auf das Handy gucken, aber ihr werdet feststellen, dann ist das Verlangen, auf das Handy zu gucken, einfach viel geringer. Aber wenn ihr aufsteht oder aufwacht, Handy liegt neben euch, ihr nehmt das Handy in die Hand erstmal. Ich kenne es von mir selbst, also ich rede gerade sehr viel aus eigener Erfahrung. Erstmal eine halbe Stunde irgendwie durch Social Media ballern und dann stehst du auf nach dieser halben Stunde, oh, dann bist du so träge und hast darauf keinen Bock, hast darauf keinen Bock. Das kenne ich alles, das kennt jeder und ich weiß es ganz genau, ich lege mein Handy teilweise weiter weg. Wenn der Wecker dann klingelt, muss ich schon mal aufstehen. Und ich mache sehr oft irgendwie so tatsächlich so ein Mobility-Workout, einfach morgens einfach mal ein bisschen durchbewegen, Blut in den Körper reinpumpen und vor allem für alle Kaffeetrinker, ich garantiere euch, trinkt mal einen halben Liter Wasser, nachdem ihr aufsteht. Das ist teilweise besser als jeder Kaffee. Aber für die, die trotzdem Kaffee gerne trinken, Kaffee ist nicht schlecht. Ihr baut aber, wenn es euch um den Effekt geht, irgendwann eine Resistenz auf gegen Koffein und dann braucht ihr immer mehr Kaffee. Wie bei Diäten etc., macht irgendwann eine Kaffeepause. Macht mal drei Wochen Verzicht auf Kaffee, damit die Wirkung auch irgendwann wieder die Wirkung gibt und wenn es euch nur um den Geschmack geht, also wenn ihr ein, zwei Kaffee am Tag trinkt, dadurch wird eure Gesundheit nicht geschädigt. Das macht nichts. Ja, aber ihr geht von dem Gedanken weg, dass ihr den Kaffee braucht. Das ist nur etwas, was ihr halt denkt, ihr braucht den nicht. Wenn es euch schmeckt und ihr einfach mal Bock auf einen Tischchen Kaffee habt, ja, aber wenn ihr denkt, ihr braucht den, dann ist das schon mal die falsche Herangehensweise. Ja, ihr braucht den nicht. Ihr braucht auf jeden Fall Wasser, ist so das Beste oder der beste Energy Drink, den ihr euch geben könnt. Genug Schlaf und Wasser. Weil jetzt gerade im Chat so zu sportlicher Betätigung Fragen gestellt wurden, wollen wir vielleicht, Vladi, nochmal eine Episode machen, wo wir ein bisschen auch vielleicht über mein Workout sprechen und über den Prozess, den wir über die Wochen gemacht haben und dazu vielleicht ein paar Fragen beantworten. Aber gerne machen, ja. Bin ich dafür. Habt ihr da Lust drauf, Chat, dass wir da nochmal so eine Episode machen? Weil wir machen, wie lange machen wir das jetzt? Vier Wochen? Ja, ne? Ja, vier Wochen. Ja, ja. Genau. Dass man vielleicht nächste Woche, wenn es dann in die vierte geht und wir quasi in diesen vier Wochen Tornus Endstadium sind, dass wir vielleicht dann nochmal einen Tag im Stream drüber reden. Mhm, können wir gerne machen. Habt ihr da Lust auf Chat? Wenn der Chat das möchte, weil ich jetzt auch einige Fragen so zum Sport schon gelesen habe. Genau. Und die würde ich halt separat behandeln. Und das nicht durcheinander zu wünschen, sonst zu viel Input. Da könnte man das vielleicht zusammenpacken und dann könnt ihr vielleicht von mir auch was erfahren. Vielleicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier Leute haben was gesagt. Gut. Danke an euch alle für euren Sofort- Oh. Gronkh hat ein... Ah, da sind wir wieder. Sorry, Chat. Da gab es wohl technische Schwierigkeiten im Hintergrund, im Interwebs. Ich musste das fixen. Da sind wir wieder. Verzeihung. Verzeihung. So, ähm... Ja, Vladi, wollen wir dann irgendwie für nächste Woche mal festhalten und dann schnallen wir mal über sportliche Betätigung, würde ich sagen. Ja, ich hatte gesagt, können wir ja wieder Freitag machen. Also, hat auch zeitlich jetzt wunderbar gepasst. Können wir erstmal so festhalten. Ja, das können wir theoretisch machen, ja. Ja. Dann würde ich ja auch sagen, machen wir direkt, äh... Oder halten wir vorerst die 13 Uhr fest, so wie heute. Ja, genau. Ja, wir quatschen ja sowieso noch. Ich werde jetzt erstmal A, deine Kekse ausprobieren, B, Frühstück essen und C, drei Brote backen. Perfekt. Ah, warte mal. Klingt nach im Plan. Ich scheine mal nächstes über ein Kaloriendefizit, nur gibt es viele Rechner, um den Grundbedarf zu berechnen. Dabei, äh, wird die Ausgangssituation nicht wirklich berücksichtigt. Also, wenn jemand mit 120 Kilo muskulös und übergewichtig ist, äh, wird vermutlich der Energiebedarf nicht gleich sein. Gibt es dazu etwas Genaueres oder ist das Trial and Error? Ähm, also, ja, es ist halt, muss man dann so ein bisschen auf den Stoffwechsel etc. achten. Trial and Error ist, äh, gar nicht so schlecht, aber, ähm, bei zum Beispiel Übergewicht, also, da gibt's, wenn man jetzt nicht muskulös ist oder nur muskulös ist, sondern, äh, Übergewicht hat und so ab einem 30er BMI ungefähr, ich weiß, BMI ist jetzt kein Indiz, aber tatsächlich kann man dadurch bei dem einen oder anderen ein gewisses Übergewicht feststellen, dann rechnest du, ähm, sozusagen mit deinem, ähm, Optimalgewicht, in Anführungsstrichen, das heißt, Körpergröße minus 100 ungefähr und mit dem Wert, dann kommst du eher an deinen, äh, Grundumsatz, als, äh, wenn du mit deinem tatsächlichen Gewicht rechnest, also, das ist eine sehr gute Methode. Es gibt tatsächlich auch Rechner, ich hab zwar, ich hab bei Dizzy im, äh, im, äh, Discord einen Rechner, äh, gepostet, der sehr gut ist, ich weiß jetzt, aber ich muss es ausprobieren, ich weiß nicht aus dem Kopf, ob er das direkt schon mit berechnet, es gibt nämlich Rechner, die machen das automatisch schon, das heißt, der spuckt dir dann die Werte aus, die dementsprechend, für dein Gewicht geeignet sind, weil das ist ein sehr guter Punkt, ähm, hab ich auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit jemandem, wusste ich nicht, musste ich dann halt erstmal recherchieren, ich hab nämlich das tatsächliche Gewicht genommen, die Person hat, keine Ahnung, ich glaub so um die 150 gewogen, und dann kam irgendwie so ein Grundumsatz von 3000 oder so raus, 3000er Umsatz ist halt schon sehr heftig, und dann haben wir uns halt die ganze Zeit gewundert, warum man nicht abnehmen kann, und, ja, das war so, das war so zum Beispiel ein Grund dafür, da kann man, wie gesagt, mit deinem Optimalgewicht, in dem Fall, also, gibt dir diese Regel, mehr oder weniger, ähm, äh, Körpergröße minus 100, und dann hast du sozusagen dein Optimalgewicht, und das, äh, kannst du dann in den Rechner reinjagen, und dann hast du ungefähr, den Wert, also keiner der Rechner wird dir ein exakt, einen 100% genauen Wert ausgeben, man hat dann einfach nur eine Richtung, und dann kann man sich an dieser Richtung halt halten, ansonsten ist das trotzdem durchaus probieren, ähm, ja, ich muss aber den Rechner auf jeden Fall auf dem Discord überprüfen, ähm, der ist auf jeden Fall da noch gepostet, die Seite, die ist sehr gut, weil da geht, es geht nicht nur um den Grundumsatz, ähm, ich muss nur überprüfen, ob das dann auch bei, äh, Gewichts, also wenn jemand zum Beispiel Übergewicht hat, ob das dann auch richtig rechnet, so, so, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, alle, die irgendwie, die Fragen, die nicht beantwortet wurden, können ja wieder in Discord reinhauen, und ich kann dann, äh, anschließend, dazu was sagen oder schreiben, so wie letztes Mal. Ja, also habt ihr die Möglichkeit im Discord unter Ernährungsfragen, könnt ihr, glaube ich, Vladi da noch ein paar, äh, Sachen zuschicken, falls ihr da irgendwie noch was wissen möchtet, der ist da auch ziemlich, ähm, aktiv, weil dann würden wir jetzt nämlich, also ich würde Vladi sozusagen mit Kusshand entlassen und würde jetzt mal noch in die Küche turnen und da ein bisschen, äh, Spaß haben und dann fahren wir nachher noch rennen, also wir haben, äh, ein bisschen Programm heute und, äh, Vladi, danke schön, dass du dir wirklich so viel Zeit nimmst, also, äh, das finde ich, äh, weltklasse, äh, an der Stelle. Ja, ne, danke, danke, dass ich, äh, dabei sein durfte, Chat war auf jeden Fall sehr angenehm, sehr schöne Fragen auch dabei gewesen, ich hoffe, äh, konnte alles gut beantwortet werden und ich hoffe, dass einige was dazu lernen konnten und, äh, auch verstanden haben, dass es vielleicht gar nicht so schwierig ist, wenn man sich einfach nur ein bisschen damit befasst hat oder einfach mal die richtige Person fragt. Man kann übrigens auch für ein, äh, gewisses Entgelt Vladi eine ganze Menge fragen und der betreut dich dann auch, by the way, also, falls da auch eventuell jemand Interesse hat, weil er Vladi sympathisch wird, ich nehme das Ganze ja auch wahr, ist das auch eine Möglichkeit, äh, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, also, ich habe mich selten so gut aufgehoben gefühlt, bin ich ganz ehrlich. Also, großes Kompliment an dich, äh, Vladi, du machst da, äh, machst viel, viele, viele gute Dinge. Dankeschön, freut mich. Ich habe auch sehr viel Spaß dran. Also, das macht mir halt richtig Spaß. Das ist genauso mein Ding. Ja. Vladi? Vielleicht allgemein so, ich bin jemand, also, meine Zielgruppe sind tatsächlich halt Leute, die viel sitzen, Zocker, ich bin selber halt Zocker, ähm, das heißt, äh, das sind auch, also, ich gehe auch eher gezielter darauf ein. Also, ich überlege mir dann, wie kann man das in den Alltag integrieren, dass man vielleicht nicht direkt ins Gym rennt, ähm, und habe für mich einfach beschlossen, dass ich Zielgruppe, einfach sitzende Menschen, Gamer, eben, weil ich mich damit identifizieren kann, die will ich als Zielgruppe haben. Und, äh, auf die Zielgruppe gehe ich auch ein und damit beschäftige ich mich. Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin Leistungssportler, kann ich direkt sagen, ich kann damit nichts anfangen, weil ich mit dieser Zielgruppe nie gearbeitet habe und, äh, bevor ich Scheiße erzähle, sage ich lieber, geh zu jemandem, der sich damit auskennt. Das ist übrigens eine der besten Eigenschaften an Vladi, die ich sehr mag. Wenn er was nicht weiß, dann sagt er das, aber er kümmert sich darum, dass er vielleicht eine Lösung findet. Dankeschön. Ich habe nämlich... Das war auch so etwas durch Reflektieren und Mindset, was ich mir dann angewöhnt habe. Ich kenne viele, die dann versuchen, irgendwie um den heißen Brei zu reden. Ich sage lieber direkt, ey, ich habe keine Ahnung, geh zum Arzt oder geh zum anderen Trainer oder geh zum anderen Experten, der sich damit auskennt. Das ist ein... Das ist vielleicht ein Fachgebiet, womit ich mich nie befasst habe und mich vielleicht gar nicht interessiert. Also, warum soll ich da anfangen, um den heißen Brei zu reden? Hauptsache, ich bekomme dadurch irgendwie Aufmerksamkeit oder Geld oder was auch immer. Also, nee, das ist halt... Nee, das mache ich nicht. Wo kann man dich denn aktuell finden, fragt gerade jemand. Ich bin sehr... Also, ich bin viel auf Instagram auf jeden Fall unterwegs. Ansonsten, ja, auf Twitter bin ich auch. Einfach VINCEPS. Heiß ich überall. VINCEPS. Das kannst du ja vielleicht auch nochmal in das... Genau. Da, so mit dem Namen findet ihr... Genau, mit dem Namen findet ihr mich. Ich poste auch auf Instagram, ja, versuche ein bisschen mit Humor so das eine oder andere oder den einen oder anderen Fitnessmythos so ein bisschen durch den Dreck zu ziehen. Einfach, dass man versteht, okay, ja, klingt irgendwie bescheuert und auch mal hier und da eine kleine Übung zeigen, die man super irgendwie in den Alltag integrieren kann. Vielleicht mal ein bisschen Nacken dehnen oder ein bisschen Halswirbelsäule mobilisieren und so weiter und so fort. Also, könnt ihr gerne vorbeischauen und falls was isst, könnt ihr mich gerne auch dort anschreiben. Hat mir übrigens sehr gut geholfen. Freut mich. Gut. Dann. Wagner Tiefkühlpizza sind derzeit bei Rewe Verein zu 20 Mal Angebot. Ich wollte fragen, welche Geschmacksrichtung ihr bevorzugt. Mozzarella Ultras. Schön, dass das bei Ernährungsfragen drin ist. Top Langfinger. Toppie. Vladi, dann wünsche ich dir was. Wir hören uns bestimmt später. Ich werde jetzt deine Kekse ausprobieren, Brot backen und mir was zu essen machen. Jawohl, lass dich schmecken. Und dann noch Renn fahren und laufen gehen heute Abend. Hey! Sehr gut. Tagesplan ist gemacht. Ich gehe auch laufen gleich wahrscheinlich. Mach das. Dann, wir hören, schreiben uns, sehen uns die Tage. Ciao, Vladi. Ciao, Desi. Ciao, Chat. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.